ich sage allgemein hallo leute hallo 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 wir hatten technische probleme weil youtube dumm ist es hat keinen sinn ergeben null sinn hat es ergeben olopoto aber auf twitch war mir die ganze zeit schon live deswegen twitch ist besser hört auf youtube zuzuschauen olopoto du bist ein kolossant oder kolossal der kolossant waren gestern alle lieb wo ich geackert habe du warst weg hast du weg du hast dich einmal kurz beschwert dass du ackern musst aber du warst doch bis zum ende da wie pokémon hast du schon gefangen nicht so viele hier guck das sind die die ich habe bisher ich weiß nicht wie viele sind vielleicht 30 20 warte hier im speierstand steht's doch oder pokédex 78 das heißt zwar nicht so viel habe ich auch nicht gefangen die zahl ist doch immer wie man gesehen hat oder aber ja wir konzentrieren uns aber noch nicht aufs fangen ich habe mir jetzt mein team gefangen mein team ist ein team ist das hier rabigator sepi royales barones zappler rang es gelabra und meistergriff das wird mein team sein mit dem ich das spiel durchspiel eventuell wechseln wir eins aus für maxx weil wir vielleicht maxx drache brauchen die gehe ich jetzt erstmal also mit dem team spiel hier zu spiel durch wenn sie jemanden der shiny origin macht oder gemacht hat nein weil das ist unmöglich aber es freut mich dich inspiriert zu haben habe mir gestern zweimal pokémon ranger besorgt und jemand nachher also noch drauf geil machst du auch man nach wie beim im april quentino du bist ein glummi glummi schnurgast hat ich weiß es charmian oder charmian ja ja charmian olive 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 ist ein flammare wie viel man nach vier hast du ich habe vier maury du bist ein ich will membrana sagen aber membrana ist das andere goth cheater wer ist die mittlere entwicklung von mobi test dann spielst du mit zwei geräten ja weil ich hole mir nicht extra drei geräte und noch mal vier spiele vergiss es wie viele pokémons gibt es pokémons wie viele pokémons gibt es in schwarz und weiß mit formen 170 genau molly morber molly morber ist das erste hypno morber genau molly morber hypno morber morbides die ersten zwei gens gehen in shiny aber nur durch shiny glitsch falsch brauchst kein shiny glitsch kaiser kasper nice freut mich das neue video ist top aus ein paar go shinies viel content und ein unterhaltendes video gemacht dankeschön ich finde es ehrlich gesagt nicht so unterhaltsam ist es eher so ein was wäre wenn video einfach mein nächstes video wird unterhaltsam ich mache ein video über den poker russ und da habe ich ganz viele bits eingebaut ich finde ich weiß vielleicht ist es sogar fast zu zu in zu uninformativ und zu viel slapstick aber mal schauen was der poker russ ganz genau dann musst du musst du auf das video warten wenn du nicht weißt was der poker russ ist dann ist das video genau für dich man bitte kein kovid witz ich mache das gegenteil von kovid also es ist sind natürlich kovid witze drin aber es ich erwähne nicht kovid ich freue ich mich drauf weiß kaum was drüber es gibt nicht so viel über über den poker russ zu wissen ehrlich gesagt es ist jetzt nicht super viel inhaltlich was so was man jetzt da wissen muss chance ist 1 zu 21.000 und deine evs verdoppeln sich gibt schon einiges also die poker wiki seite von poker russ ist relativ kurz das video wird so 20 minuten lang danke dir erstmal dass du uns mitnimmst auf dem weg zu dem zu deinem ende origin decks man merkt dass es bei den videos viel frust und liebe dran steckt mach weiter so dankeschön frust habe ich nur beim video machen weil die so schwierig sind zu machen die videos aber beim spielen habe ich keinen frust ich liebte es sollen wir jetzt schon drei lichtel fangen hätte ich mal gute infos zum poker russ wie willst du die tini fangen das macht man im geheimgeschehen und dann kriegt man den garten pass und dann geht man zu viktini und fängt es alter du hast vier weibliche geangelt von fünf das geht doch noch wir haben hier letztens zwei stunden nach zwei stunden nach einem ghanowil gesucht einem männlichen weil nur weibchen kam obwohl es auch 50 50 ist ich habe auch schon mal 17 shiny 16 shiny leufeos gefangen bevor ein weibchen kam männchen kam leufeo braucht man männlich hast du dann noch ein video zu mal nach wie im april nur wenn ich es shiny krieg ich mache erst das shiny video ich mache erst das mal nach wie video wenn ich so ein shiny bekommen oder es passiert irgendwas anderes krasses aber was soll denn anderes krasses passieren schwarz-weiß 2 braucht man nur für borios et cetera alternative form ja beziehungsweise wenn du kein dns glitch machen willst brauchst du es auch für für zoroa und zoroark und da ich versteckte attacken fangen möchte also alles was möglich ist fange ich mit versteckten attacken und die meisten davon oder nicht die meisten aber viele davon ergibt es nur im zweier hat vielleicht du machst ein video wie so grob die hand funktioniert ja ich muss mal gucken grimmasse 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 ist nicht so wichtig oder mal schauen wie es läuft aber ich mag halt kein video drüber machen wenn ich es nicht selber geschafft habe schon ich weiß das blöde daran ist halt dass ich das video erst machen kann wenn ich es geschafft habe und vielleicht gibt es leute die schon davor gerne wüssten wie es funktioniert aber es kann ja jeder im stream vorbeischauen dann weiß jeder wie es funktioniert mehr leute motivieren man auf wie zu machen ich mache auf jeden fall post dazu und sowas jonas noch ein neuer page schon euer ernst haben wir jetzt 40 von 40 ach du hast carpador in gen 1 versuch zu fangen was ist mein lieblings pokémon seedra king komm heute ist feiertag heute sind wir heute sind wir nett oder hagebudne hallo halt liest du auch nicht mehr vor stormy dankeschön für deinen prime dankeschön das fliegt auf jeden fall ne kann man das dann auch im vgc benutzen was was denn weil du das im youtube video gesagt hast ist so weiß ich doch nicht das video habe ich vor einer woche gemacht kommt drauf an verdoppelte ivs ja natürlich aber viel spaß ein pokémon mit pokorus zu bekommen du hast eine höhere wahrscheinlichkeit einen shiny zu finden außerdem wenn du von vgc heutzutage redest vgc in gen 9 gibt es also es gibt den pokorus nicht mehr das ist ein pokémon mit pokémon bank sehr sehr gut schmeißt es nicht weg vielleicht willst du es irgendwann benutzen für der modernität heute braucht man pokorus nicht mehr deswegen ist er weg vielleicht hast du doch irgendwann bock in gen 3 wobei bringt das auf bank auch nix seit wann gibt es pokorus nicht mehr seit legends arceus durch deine videos habe ich nun auch eine origin ex angefangen durch die durch habe ich gemerkt wie viel zeit in liebe drin stecken muss nur noch einen platin edition holen aber die games werden zu teuer verkauft kannst mir ein tipp geben wo ich schauen könnte ebay ich habe da keine tipps ich weiß selber nicht wo ich immer die spiele her bekommen soll ich greife da immer tief viel zu tief in die tasche weil ich sie einfach haben möchte und mir das geld egal ist leider und dann kaufe ich die immer viel zu teuer im endeffekt guckst du auf facebook kleinen anzeigen vielleicht gibt es den flohmarkt bei dir und dann findest du da was kleine retro läden in der stadt wo du wohnst aber platin ist teuer platin wenn du da eins findest was was nur 30 euro kostet kannst du sicher sein dass es einfach nicht echt ist wobei vielleicht wenn du auf dem flohmarkt bist und dann bist du bei einem alten pärchen und sowas die vom enkel die sachen verkaufen denn die haben halt keine ahnung die verkaufen ist dann vielleicht für 20 30 euro aber ich finde es mal hat lichtl schon eine feuerattacke ich verbringe auf klein anzeigen mehr wie auf twitch funkenflug ist es eine schaden macht es schaden kann man bei den ds games sehen ob die fakes sind ja schau dir auf google so videos dazu an erst mal es gibt halt der ganze halt so der ganze repromarkt also die spiele zu reproduzieren ist hauptsächlich englisch wenn also deutsche repros sind schon um einiges seltener ja wie kommt man zu dem ding dahin aber du erkennt du musst halt erst mal das cover vergleichen da schau dir an wie ein originalspiel aussieht und oft sind halt dann so kleine symbole anders wie das fsk logo oder irgendwas ist anders oder auf der rückseite fehlt der stempel von der seriennummer oder sowas muss halt einfach auf die ganzen details achten aber da gibt es genug videos da draußen die dir zeigen wie ein originalspiel auszusehen hat weil aufschrauben kannst du dir halt nicht wirklich warum setze ich lichtlein warum warum flüchte ich nicht einfach ich nehme immer die konsole mit und würde die vor ort checken was halt nichts bringt weil innerlich siehst also am spiel selber siehst du nicht ob das spiel echt ist oder nicht ich meine wenn du krass ins detail gehst würdest du es wahrscheinlich irgendwann merken weil repros können vielleicht nicht online gehen repros brauchen länger zu speichern und solche sachen oder gehen schneller zu speichern weil es ein besserer chip ist keine ahnung aber ich glaube spielen beim am spielen merkst du es als letztes die sind ja nicht leer das ist ja nicht das falsche spiel da ist ja ein rom drauf das ist ja die sache ne eigentlich ihr könnt euch einfach repros kaufen wenn ihr wollt ihr werdet sie spielen können sie werden wahrscheinlich funktionieren online und alles es kommt halt einfach auf euch drauf an ob ihr euch da glücklich fühlt wenn ihr ein fake spiel kauft aber funktionieren wird es wahrscheinlich aber wollt ihr das ich nehme dauernd die falschen pokémon an erster stelle kann licht ist schon eine geist attacke ich glaube nicht ok mit dem analog pocket kannst du es testen ok ok bei gen 1 bis 3 ok jajaja ok klar damit kannst du es testen der hat so ein system wo dann dra steht ob es echtes oder nicht echtes ich suche auch momentan nach platin ich habe ein fake platin und ein echtes platin und du kannst sie kaum unterscheiden das kann nicht überhaupt einiges süß sein hallo dödlinge hallo dickbert so jetzt zeig mal wie du deiner verwirrung widerstehst komm schon natürlich nicht ab gen 6 ist bestimmt besser oder ab gen 6 haben die so verwirrung schlaf und alles humaner gemacht wodurch die spiele einfacher wurden ey ich würde mich freuen wenn sie noch einen ds operator machen oder das ist aber nicht meine also da fällt mir was gutes ein so weil ds operator quasi also die selber sagen dass sie gerade an nes und snes sitzen also das ist eine retro ds spiele sehe ich persönlich auch noch nicht als retro und die kümmern sich natürlich eher um so retro konsolen erstmal ähm du musst halt deinen ds nur modden wenn du deinen ds gemoddet hast dann ne was sehr einfach ist dann hast du quasi einen ds operator ähm aber guter punkt das kann man auf einem gemoddeten ds eine software draufladen die checkt ob das spiel echt ist hab ich nie nachgeguckt aber das wär cool weil dann kann man den ds echt mitnehmen zum beispiel auf dem flohmarkt also ich mach's eh nicht aber dann kann man den mitnehmen kurz rein tun und dann ist er grün oder rot und dann weiß man ja nicht echt muss es doch eigentlich geben muss man mal googeln muss man mal rausfinden irgendwie ds homebrew reality check nein hey werox das gute an der kobalium hand ist dass man das mit einer hand machen kann ergo kann ich bequem kobalium und katagami usung gleichzeitig handen ich würde ja was anderes mit meiner hand machen aber wenn du katagami suchen möchtest jenny dankeschön jenny für aufgepasst 57 monate 57 monate jenny durst doch sicher ja auf jeden fall den mindball vom namen golbit golbit dachte ich mir wäre eigentlich auch saucool das ist bodengeist ne aber ich hab kein bo hab ich ein boden pokémon doch ich hab boden mit mit rabigato oh gott meine pokémon alle so schwach golbit ist auch mega golbit ist so cool das scheint eins der schönsten shinys die existieren was würdest du denn machen leo mit meiner anderen hand pokémon ranger spielen wie heißt das gerät nochmal fitbit ne wie heißt das ding hausaufgaben wie heißt dieses ding was man so benutzt um die muskeln zu stärken aus der south park folge shake weight shake weight hallo max man kann so viel mit einer anderen hand machen ok ich sollte nicht mehr meinen meistergriff haben meistergriff du enttäuscht mich wie kannst du nur gegen ein geist pokémon so schlecht sein meistergriff unglaublich du hast die hälfte der kapitel auf hart geschafft in final fantasy ich hab zur zeit irgendwie keinen bock weiter zu spielen ich hab lieber in der nacht bock ähm deoxys zu resetten ich bin bei 6500 deoxys also langsam wird es zeit hallo dräger was ist verox verox ist die blume ich weiß nicht wie sie heißt ähm ich glaub irgendwas mit l luminosa ne deine 4 deoxys waren nicht so gönnend cotoni genau fletiamo jat meistergriff ne chance hat mir doch schon mal cotoni wir hatten sehr viel schon mal das heißt nicht dass ich mir den namen merke was 165 stunden final fantasy ok hör auf aber ich mein du hast ja pokémon durchgespielt in jeder linie in jedem in jeder welt du hast ja nichts besseres mehr zu tun hab heute etwas an der zwiebel gepellt aber die wollte auch nicht meinst du selle b selle b platin trofee muss her ich mag das wenn ich mir damit zeit lasse einfach so wenn ich in zwei jahren das mache keine Ahnung so stückweise manchmal packt sie mich dann und dann mache ich nichts anderes was ich habe heute in soul server innerhalb von zehn minuten zwei full or shiny bekommen rat fratz und entern habe so einen luck noch nie gehabt ich war eigentlich nur am evin krass wirklich 2 full or shiny in soul server mit 1 8192 bist du des wahnsinns dass du dich überhaupt traust es zu sagen das kann man ja fast nicht das ist ja das ist wirklich hart das ist wirklich krass aber jetzt ist leider das komplette ähm glück für die nächsten zehn jahre aufgebraucht ne das ist der nachteil davon übrigens meine memory card für die gamecube will die nicht lesen die habe ich ja damals für die wii benutzt weißt du woran das liegen kann ähm 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 weißt es jemand ob wenn du ne gamecube card wenn du ne memory card für ne gamecube für die wii benutzt dass sie dann umformatiert wird und nicht mehr für die gamecube funktioniert hast du das mal gegoogelt ist das wirklich das gleiche system oder konvertiert die die um vielleicht musst du sie auf der wii komplett leer machen und dann erst in die gamecube reinstecken das wäre ärgerlich wenn das so wäre memory cards kannst du auf amazon für 5 euro kaufen oder so also fakes die genauso gut funktionieren sowas genauer genommen kannst du sowas nämlich auch benutzen oder sowas genauer genommen kannst du sowas auch benutzen um eben den mod zu aktivieren der auf deiner gamecube drauf ist kostet 10 euro ähm aber ich hab dir halt das gezeigt aber ich hab dir halt das gezeigt was am einfachsten am schnellsten geht aber du kannst dir auch einfach eine memory card holen google mal ob 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 du wirklich ein gamecube memory card für die wii benutzen kannst hin und her halt das müssen leute gefragt haben irgendwo auf reddit oder so henriette du bist ein shiny mob tiff shiny mob tiff ist ein kleiner lila hund du willst also 17 weitere arkys fang dave es ist es ist es ist also das ist arbeitsbeschaffung 17 weitere arkys fang ich hab das heute mit til gemacht weißt du der auf auf discord gesagt hat er kann sein arkys nicht übertragen und wusste was ich konnte es auch nicht übertragen also wir haben weg gefunden aber ich konnte es auch nicht übertragen weil ich auch schon ein arkys aus bdsp habe also ich habe ja mein shiny arkys gefangen in bdsp auf home übertragen jetzt habe ich von ihm sein shiny arkys bekommen um es dann auf mein home zu übertragen und ihm es dann da zu schicken dann sagt es auch du hast schon ein arkys von home äh von bdsp übertragen das ist so ein dummer schutz ich glaube ilka es muss ja ilka sein bdsp und home ilka hat das soo dumm das ist soo nicht durchdacht das ist einfach so arkys bereits übertragen aus bdsp nicht nochmal möglich weißt du sie können es einfach beschränken auf die ot dass es die gleiche ot nicht haben darf dass es nicht das gleiche pokémon sein darf aber nein du kannst kein zweites pokémon übertragen wahrscheinlich gilt es nur für mystische wahrscheinlich natürlich aber es ist so unfassbar dumm weil es ist doch sowas von legit dass jemand mir ein arkys schenkt oder schickt und dann sagen die nö du hast schon eins du darfst nicht zwei haben hä natürlich darf ich zwei haben warum erlaubt ihr mir nicht zwei arkys zu haben es ist so dumm ich verstehe schon woher das kommt von wegen nicht klonen und sowas aber dann sollen die das richtig programmieren dass wenn es geklont ist dann geht es nicht natürlich nicht was ja auch nicht geht aber wenn es die nicht wenn es eine unterschiedliche ot hat man so dumm naja er hat dann er zum glück strahlender diamant und perle das heißt er hat es mir gegeben und dann habe ich es ihm auf das andere gegeben wo er auch schon arkys hat aber dieses arkys hat er nicht übertragen auf home dann konnte er quasi sein shiny arkys aus dem anderen spiel übertragen auf home weil perle noch nicht das arkys übertragen hatte aber dafür wird er jetzt das andere arkys was er da hat nicht übertragen können weil er hat schon ein arkys übertragen es ist so dumm gemacht hallo sky leon hallo platin original verschweißt nur 300 euro das ist sogar ein schnapper das geht sogar ja wenn das richtig also wenn das gewertet wäre also so halt hier so von water oder wie das heißt warum stirbt es nicht dann ist es instant 2000 oder so wert was auch quatsch ist ich habe gelesen dass am 8 4 24 die nintendo e shop für 3ds komplett ausgemacht wird heißt das dass man auch keine spiele updates mehr downloaden kann nein das stimmt nicht wie du es geschrieben hast der 3ds shop wird nicht ausgemacht der ist schon aus der ist schon seit einem jahr aus exakt seit einem jahr genau genommen ähm daran wird sich nichts ändern der wird ausbleiben du wirst immer noch die spiele die du gekauft hast runterladen können und updaten können oder doch 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 ja ja ach das ist mammo leader moment mal bin ja blöd das ist gefährlich hier lichtl soll weiterleveln ähm du wirst nur nicht mehr online also die online server gehen aus das heißt du wirst nicht mehr tauschen können online wundertausch machen können online und so weiter aber lass noch mal kurz auf die website schauen wo das steht ich bin mir gerade nicht sicher ob vielleicht dadurch auch die downloads nicht mehr gehen aber eigentlich eigentlich schon ähm nintendo server shutdown ds ihr könnt das auch alles immer googeln ich lese auch nur vor was nintendo uns sagt nicht mehr um nintendo zuerst und kann es ja alles zuerst das ähm ja Online-Services mehr nutzen, die eine Online-Verbindung brauchen. Hey Oliver, was geht, hallo. Ladestrahl? Doch, Ladestrahl ist eine Attacke, ne? Irgendwas mit Lade war keine Attacke. Ladestrahl? Doch, Ladestrahl muss doch eine Attacke sein, aber Funksprung ist auch eine Attacke. Ladevorgang, genau, das meine ich, dumme Attacke, Ladevorgang. Komm, warum ist es so schwach? Nice. Warum schaff es, Zabladin? Smack it. Kann man nur eine Raikou ins Pokémon Sleep befreunden? Legis wahrscheinlich, kann man nur einmal befreunden. Das heißt, Olivers Shiny ist das einzige, was er haben kann. Unverschämt. Das heißt, jeder, der kein Shiny bekommt in den zwei Wochen, also, wenn du einen Raikou haben willst, dann musst du so lange probieren, einen Shiny zu finden und wenn du am letzten Tag keinen Shiny findest, musst du dich entscheiden, ob du ein normales Raikou fängst? Ne, mehrere im Team haben, man kann mehr befreunden, achso. Echt, du kannst quasi nur ein Legi auf der Wiese stehen haben. Krass. Warum wurde mein harmloser Text nicht gepostet? Stinkfuß Joe? Ich weiß nicht. Hast du vielleicht Kappa geschrieben? Kappa ist bei mir verboten. Äh, ansonsten weiß ich nicht. Ich meine, letztens hat jemand einfach nur geschrieben, ähm, Leo, du warst doch oder du bist doch Grafiker. Und die, und die Nachricht ging nicht durch wegen Ficker. Grafiker. Aber es war nur mit K geschrieben. Also, selbst sowas, Blocktwitch. Wenn du, versuch jemand mal Grafiker zu schreiben, was ein komplett normales Wort ist. Grafik geht, aber Grafiker geht nicht. Ja, so kann man schreiben, Marco. Ey, Oliver, habe ich das gerade richtig gesehen, dass du meinem Patreon beigetreten bist? Hör auf. Oliver. Retro kann schreiben. Grafiker mit CK. Hä, das geht doch. Warum konnte die eine Person das nicht schreiben? Ich habe ein Screenshot gesehen. Dann lag es vielleicht doch nicht an Grafiker. Komisch. Ey, Pummeluf. Ich habe auch gesehen, Pummeluf, du hast gestern am Ende vom Stream oder danach noch gesuppt. Vielen, vielen Dank. Und du bist ein Ewuli. Wurde Zeit? Ah, stop it. Stop it. Dinomax, ist es dein Ernst? Es könnte sein, dass ich deinen Shiny Bisasam aus Go habe. Ernsthaft? Hast du zufällig... Ich weiß nicht mehr, welches Datum es war, als ich die Shinies verschenkt habe. Oder verwundertauscht habe. Das heißt, du warst noch nicht mal hier am Zuschauen? Warst du hier am Zuschauen währenddessen? Du hast einfach zufällig zur gleichen Zeit oder im Zeitraum von... Weiß nicht, was... Plus, Minus. Naja, Minus macht keinen Sinn. Wobei doch... Krass, du hast nicht mal zugeguckt und hast Wundertausch einfach gemacht? In welchem Spiel denn? Schwert, Schild oder kamen sie in Popo? Und hast ein Shiny Bisasam von mir gekriegt? Wie cool. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand nach dem Video sagt, hey, ich... Weil warum sollten Leute zur gleichen Zeit... In Home? In Home? Das ist krass. In Home hast du ein Shiny von mir gekriegt. Das ist krass. Aber cool. Dann... Bist du, glaube ich, die siebte Person, von der ich weiß, dass sie eins meiner Wundertausch-Shinies bekommen hat. Kativa, du bist ein Yorclef. Und wieviel Uhr beginnt am 1. April das Wurfes-Giveaway? Äh... Ich bin um 16 Uhr spätestens da. Und ich habe auch schon alles eingestellt. Also ihr müsst dann einfach nur ein Command machen. Ausruhezeichen irgendwas. Irgendeiner von euch wird jetzt Ausruhezeichen irgendwas schreiben. Ausruhezeichen irgendwas dann und dann werde ich automatisch in eine Textdatei eingetragen, die sich bei mir automatisch aktualisiert. Und dann sehe ich die so neben mir und dann sehe ich genau, wer quasi die Reihenfolge, wie ihr euch quasi dafür eingetragen habt. Und dann gehe ich die Reihe einfach durch und die Leute bekommen das Wurfels mit Tempomacher. Ich will Leos Eier. Ne, es wird was ganz Einfaches sein. Du willst mit dem Bisasamen Popo DLC durchspielen? Mach das! Bisasamen ist ein schönes Shiny, finde ich. Aber es ist auch ein interessantes Shiny, weil früher war Bisasamen grün und das Shiny war blau und inzwischen ist Bisasamen ja blau und das Shiny grün. Es hat sich irgendwann immer mal wieder so abgewechselt und es war nicht wirklich so sicher. Ist jetzt Bisasamen blau bläulich oder grünlich und inzwischen ist es aber fix quasi bläulich und wird komplett grün als Shiny. Aber wenn ihr nachguckt, es war früher anders. Früher war Bisasamen komplett grün und heute ist das das Shiny. Da fragt man sich auch immer, was denkt sich Gamefreak da dabei? Oder vielleicht war es bei Gamefreak immer gleich und in den ganzen Spin-Offs war es vielleicht immer leicht anders. Habs entwickelt und hat nicht funktioniert? Wie? Du hast es Bisasamen versucht entwickeln? Was? Und es hat nicht funktioniert? Was? Früher war die Welt auch schwarz-weiß? Ja. Ab jetzt einmal pro Woche Wundertausch, um Zuschauer zu generieren? Nein. Ich habe keine Shinies mehr, sind alle weg. Ich gehe falsch rum. Gen 5 hat so krasse wilde Encounter. Alle drei Schritte kommt was wildes. Leveln, leveln, leveln. Aber ich bin glaube ich gut gelevelt inzwischen. Du hast doch noch jede Menge doppelte Shinies. Ja, aber die will ich nicht in Wundertausch decken. Die sollt ihr kriegen, wenn ihr sie verdient habt. Kann man Fion entwickeln? Nein. Ist Pygraulon nur Psycho? Ja, ne? Nein, du kannst Fion nicht entwickeln. Fion ist glaube ich das einzige Baby. Es zählt auch nicht als Baby-Pokémon. Aber du kannst Fion brüten zu weiteren Fions. Aber Fion ist das einzige, das quasi die Vorentwicklung ist von etwas, aber nicht zu der Entwicklung wird, was es von davor ist. Beziehungsweise ich weiß noch nicht mal, ob das als Vorentwicklung gilt. Ich glaube es gilt noch nicht mal als Vorentwicklung. Ich glaube es sind zwei komplett verschiedene Pokémon. Aber Manafi brütet halt Fions. Das Entwickeln hat funktioniert, aber ich habe den DLC nicht durchgespielt. Oh, war es den DLC nicht durchgespielt? Ist das dieser Floor zu schlecht? Oh, sorry Demon King. Ja, 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 ja. Deine Fusion. Ihr müsst mich daran erinnern. Ich sehe es und dann denke ich mir, okay, ich lasse, ich rede noch meinen Gedanken fertig und dann habe ich es vergessen. 197 und Nummer 9. Nummer 9 ist schon mal Turtok. 197. Irgendwas Mitte Gen 2. Oh, der Mund ist komisch. Warum haben die ihm keinen gescheiten Mund gegeben? Ich weiß, da vorne ist der Mund, aber... Ich überlege gerade, ob das... Ne, das ist frisch gezeichnet von jemandem. Das ist schon richtig fusioniert. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Aber du musst damit zufrieden sein. Bist du happy mit dieser Fusion? Das Arme, Arme... Warte, was kommt? Ah, nein. Wäre ein nices Shiny. Ja, bis auf das Gesicht, aber ja. Was habe ich hier vor mir? Ich sehe nichts. Ach, Molly Morba. Hypno Morba. Hallo, Armit. Armit nach Tara. Was macht Cap-Off für eine Milliarde Kanalpunkte? Was glaubst du denn, was es macht? Was glaubst du passiert bei Cap-Off? Totara. Nachthok. Apropos Totara. E-Fahrer. Du bist ein Kram-Chef. Totalk beim Surfen-Turf auf dem Grill. Tatsächlich. Es sieht so aus, als hätte es Ananas-Streifen. Also Ananas-Ringe um die Beine. Passiert dann einfach nichts? Doch, ich nehme meine Cap-Off. Die Eltern kann sich aber immerhin entwickeln, zumindest in Go. Ja. Hallo Tanja. Fion meiner Meinung nach wirklich das unnötigste Pokémon, vor allem als mystisches. Ich finde die Idee cool, dass Manafi quasi der Papa ist von Fions und dadurch Fions produzieren kann. oder die Mama. Aber... Also ich finde es cool, dass es so eine Besonderheit halt gibt. Ein Pokémon, das ein Ei macht, aber das Ei sich selber nicht dazu entwickeln kann. Ich finde es ein cooles Prinzip. Ich meine, ich habe zwei Shiny Fion aus Zufall. Eins habe ich extra gebrütet. Ich glaube mit so... Es waren knapp 2000 Eier in BDSP. Dann wollte ich einfach nur für ein Video kurz zeigen, dass man Manafi brüten kann. Shiny. Das vierte Ei. Ich hatte aus Versehen vier Eier gebrütet, weil du kannst ja nicht wirklich kontrollieren, denn Kamsin und Popo, wie viele Eier dann da drin liegen. Es waren halt vier Eiers, vierte war einfach ein Shiny Fion. Unfassbar. Kannst du bitte einmal kurz deine Kappe abziehen? Julius. Denk doch mal kurz nach. Ich habe eine Kanalbelohnung von eine Milliarde Punkte. Und wenn du die einlöst, setze ich meine Cap ab. Und jetzt fragst du mich, hey kannst du bitte deine Cap abziehen? Natürlich, Julius, natürlich. Natürlich mache ich das. Es war ein Versuch wert. Nein, war es nicht. Ja, das Fion war... Das ist auch mein schnellst gebrütetes Ei. Ich habe noch nie im ersten Ei... Davor war mein schnellst gebrütetes Ei in Schwert und Schild Kubuin. Mit elf Eiern. Ähm, aber vier ist mein neuer Rekord. Ich habe noch nie im ersten einen Schein gehabt. Mautzinger war, glaube ich, mit zehn oder sowas. Und dann Fion einfach vier. Und ich wollte nur für ein Video kurz die Animation aufnehmen, wie es ausschlüpft. Dann war es ein Schein. Und ich habe es aufgenommen. Es ist im Video drin. Aber ohne meine Reaktion, weil ich wollte einfach nur das Gameplay aufnehmen, wie Fion ausschlüpft. Sie ist Pilotin. Das heißt, sie hat Flug-Pokémon. Darf ich die... Darf ich die... Die Glocke... Bangen. Ich lasse sie ja klingen. Kommt jetzt Rayquaza. Heißt der Turm, wo Rayquaza nicht... Äh, drauf ist nicht auch... Himmelsturm? Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Welch lieblicher Klang. Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Leo. Und stark bist du auch. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panaero City. Kann ich... Wenn ich jetzt hier nicht wegfliegen kann von... Das ist wie mit der... Sperrsäule. Man kann von der Sperrsäule nicht fliegen, obwohl es die Spitze von einem Berg ist. Bitte. Lass mich fliegen. Ich kann fliegen. Oha. Gen 4 Upgrade, Gen 5. Das funktioniert. Wenn dein nächster Encounter Shiny ist, ziehst du deine Kappe aus? Nein. TomTom, du bist ein Dumb-Hearplex. War der einzige Masuda Hunt? Damals kurz nach Schwert und Shit Release hatte ich mal einen Galaponita im ersten Ei. War Masuda mit Charme, aber trotzdem ziemlich cool. Ironie war der einzige Masuda Hunt, den ich tagelang verarbeitet habe, mit sämtlichen Boxen gefüllt mit Eiern. Danach nie mehr Eier vorgebrütet. Hihihihi. Ich brüte immer noch Eier vor. Ich mag das lieber... Quasi, keine Ahnung, während einem Film gucken. Einfach... Kreisei, 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 Kreisei. Dann, keine Ahnung, habe ich 5 Boxen voll und dann einfach die ganze Zeit im Kreis. Und Eier ausbrüten. Finde ich angenehmer als immer ausbrüten, hingehen, ausbrüten, hingehen, aber dann brüten 3 aus und dann kommen 2 Eier und dann muss ich gucken und sowas. Ich finde es einfach stupider, einfacher vorzubrüten. Und dann passieren also coole Sachen, wie dass man mehr Shinies findet, als man braucht, die man dann zum Beispiel verschenken kann oder... Oder... Ja. Wo war die Arena? Die hat wahrscheinlich Flug-Pokémon. Das heißt, wir nehmen... Natürlich Meistergriff. Nein. Wir nehmen... Zabladin. Aber das ist nur Level 30. Rockhaiman hat, glaube ich, keine Gesteinsattacke. Also noch gut gegen Flug. Elektrostein und Eis. Aber ich habe kein Eis. Ich habe eigentlich nur Schwäche gegen Flug. Ne, ich nehme... Ich nehme... Rockhaiman. Und mache einfach Knirscher. Ich habe einmal... Das krasseste war, ich habe 200 Eier vorbereitet von Porygon in Schwert und Schild. Und... Es sind vier Shiny Porygon ausgeschlüpft. Zwei davon waren so nur drei auseinander ungefähr. So drei, vier Eier auseinander waren zwei von den Porygons. Vier Shiny Porygon aus 200 Eiern. Das war... Unfassbar. Auch... Habe ich wieder nicht aufgezeichnet, ne? Das war einfach nur so für mich. Aber da denkst du dir dann, warum zeichne ich nicht alles auf, was passiert? Wo ist die Arena? Ach, die ist da oben in dem Flugding. Ich habe heute mal RNG in Strahlender Diamant ausprobiert bei Dialgon. Es hat echt geklappt mit dem Blinzeln. Ja, ist krass, ne? Ich finde das mit dem Blinzeln, RNG, Blinzel-Methode ist so interessant. Also, dass die Leute das rausfinden einfach. Aber es ist logisch, ne? Aber dann die Leute, die auch die Software dafür schreiben. Oh Gott. Gar nicht gefährlich. Die Leute, die auch die Software dann dafür schreiben, denkst du dir auch so, wie? Wie berechnest du das? Wie findest du den Algorithmus raus? In welchem Abstand es geblinzelt sein muss? Und so ist es so abgefahren. Oh, Chuck Morris hat auch ne Pokefusion gemacht. Okay. Was hast du? 208 und 129. Keine Ahnung was das ist. Bye Sky Leon. Ich glaube, dass Manafi eine Art Mutation der Fion-Art ist. Kann mir sonst nicht erklären, dass man bei einem Manafi ein Fion rauskommen soll, wenn die nicht verwandt sind? Ah, was ist das? Oh mein Gott. Wer? Aber ja, Tobias glaube ich auch. Hä? Das ist nicht gezeichnet, aber das ist halt zusammengestapselt. Kappanix. Oh, Pador. Ocicarp. Oh, nix ist nix, ne? Oh, nix, oh nix, oh nix. Ich seh nicht gegen was ich kämpfe. Kappanix. Oh, Pador. Es tut mir leid. Ah, es ist Stahlos. Stimmt. Bin ich blöd. Stahlpador. Oder Kapalos. Karpalos. Carlos, einfach Carlos. Ja, der MKP, den hast du jetzt sehr verletzt damit, dass du Karpador so verunstaltet hast. Ich frage mich, was passiert, wenn man Karpador und Karpador macht. Weil oft haben die, wenn man zwei gleiche fusioniert, machen die quasi eine Mega-Evolution draus, die es halt noch nicht gibt. Es kann aber auch sein, dass das gleiche rauskommt. Aber Karpador und Karpador könnte eigentlich was krasses sein, weil das so etwas, wo man draufkommt. Nanazaya? Who's that Pokemon? Schauen wir mal. Hatten wir das nicht letztens? Ich hab das Gefühl, das hatten wir letztens. Was ist das? Anorid. Nee. Tentacher. Oh, ist das Tentegra? Weil es so nach vorne ist, aber das hat drei Beine. So was wären zwei Karpuno? Weiß ich nicht. Müsst ihr ausprobieren. Ich kann aber nicht versprechen, dass überhaupt was draus wird. Wie hoch ist der CD für Fusion? Steht das nicht da, wenn du versuchst drauf zu klicken? Ich glaub fünf Minuten. Maximal zehn Minuten. Es ist nur damit Leute es nicht sofort wieder machen, weil es würde das überschreiben. Siegar zehn Prozent ist nicht mit drin. Das ist nicht mit drin. Das ist das normale Gaunuchs. Aber das wäre doch nicht so dünn da unten. Typ Null? Wir gucken mal. Oh ja, das hätte man sehen können. Das hätte man sehen können, oder? Pampouli. Hast du Pampouli gesehen? Bevor es kam? Ich find's schade, dass nur die ersten beiden Gents gehen bei der Fusion. Das ist nur deswegen so, weil Pokéfusion, also das Spiel, hat nur die ersten zwei Gents komplett durchgemacht. Also da ist keine Lücke drin. Und ab dann gibt's Lücken. Und es wäre halt kacke, wenn ihr zufällig eine Lücke erwischt. Aber genau genommen sind sauviele drin, natürlich bis Gen 8, glaub ich. Aber halt extrem lückenhaft dann. Umso höher du kommst, desto mehr Lücken sind drin. Und dann ist es halt so, okay. Fleckneul. Du hast vorhin zwei Shiny Pampouli's gefangen. Sehr, sehr gut. Hast auch ein schönes Shiny. Ich glaube, ich muss Gewissheit wegmachen. Knirscher ist doch so viel besser für Rabigato. Irgendwann muss sowieso mal eine coole Attacke kommen. Wie zur Hölle entwickel... Was willst du entwickeln? So, noch eins. Wer ist das Pokémon? Das ist... Ich will Anego sagen, aber ist es nicht. Oder vielleicht ist es Anego. Sonflora. Sodamag. Dafür ist es mir unten zu dünn. Genau, Kuplosio. Kuplosio ist mir nicht eingefallen. Also der Clown. Ich sag auch, es ist der Clown. Die Clown-Ultra-Bestie. Vesprit? Vesprit. Hm. Ich sag Kuplosio. Sodamag. Es ist oft wirklich so der erste Instinkt. Es ist... Oh! Sodamag ist falsch. Sodachita. Sodamag war falsch. Aber krass. Das ist so gemein, ne? So, gehen wir mal hier lang. Wie zur Hölle entwickelt man Typ 0 in Pokémon Schwert? Weiß ich gerade gar nicht. Ist das nicht einfach ein Level? Ist das nicht einfach eine Level-Entwicklung Typ 0? Jasmin, du bist ein wunderschönes. Eins meiner Lieblinge. Fatalité. Fatalité. Hohes Freundeslevel. Freundschaft. Freundschaft. Ich glaube, in Gen 7 kannst du deine Pokémon so einseifen und putzen und sowas. Und das steigert die Freundschaft extrem. Und vielleicht hast du auch Bärchen und sowas. Dann gibst du denen einfach ein paar Bären und dann lieben sie dich auch. Das ist die Bestechung. Aber einfacher. Es ist so schwer. Ich kenne mich mit Gen 7 nicht aus, was man da alles machen kann. Aber ich glaube, es ist putzen, putzen, putzen. Streicheln, streicheln, streicheln. Samftglocke geben. Und dann... Wenn du Bären hast, gibst du den Bären. Die halt die Freundschaft steigern. Und dann Sonnebonbon oder einen Kampf gewinnen lassen und fertig. 10 Minuten eincremen und dann 1-2 Level. 10 Minuten eincremen. Tradest du die Wolverog-Eier über Kapu? Nein, wir müssen die über Usum traden. Sonst macht das ganze Traden keinen Sinn. Es geht darum, dass ihr einen Wuffels bekommt mit Tempomacher in Usum. In Kamesin und Purpur kannst du selber einen Tempomacher fangen. Es geht wirklich darum... Wo muss ich lang? Ich kann einfach wieder da wieder rein, oder? Es geht wirklich darum, dass du das in Usum bekommst, damit du einen Wuffels in Usum hast. Okay, das war falsch. Hä? Wie funktioniert das dann? Das Tauschen? Du musst halt den Usum tauschen können. Das ist so nach anderthalb Stunden im Spiel. Kannst du das? Und... Kann ich da runter? Hä? Das ist aber eine Sackgasse hier. Oh, ich kann das Ding drehen. Na dann, ist klar. Und dann müssen wir unsere Leider, das ist super dumm gemacht, auf dem DS müssen wir beide uns auf dem DS befreunden. Also Friend-Code senden hin und her. Und dann erscheinen wir in der Liste beim Tauschen und können wir tauschen. Geht aber auch mit Ultrasonne und... Was? Um Us? Ultramond und Ultrasonne? Es geht nur mit Ultrasonne und Ultramond. Nur. Weil Tempomacher Wurfels existiert nur in Ultrasonne und Ultramond. Wie viele verteilst du? Bis keiner mehr welche will. Ich brüte die live. Also ich... Wenn einer eins will, mache ich eins. Wenn einer eins will, mache ich eins. Ich habe nicht vorgebrütet oder sowas. Das ist sauschnell. Wurfels ist kein... Braucht nicht viele Schritte. Ich habe vergessen, dass Camping in Schwert existiert. Ah ja, du könntest Typ 0 einfach... ...übertragen und dann halt in Schwert und Schild... Aber ich weiß nicht, was schneller geht. Vielleicht geht es schneller in Usum... ...Freundschaftsentwicklung erst in Schwert und Schild. Auch Schwert und Schild mit... ...bisschen Ball spielen, bissl Sanftglocke, bissl Curry machen... ...und dann entwickeln geht eigentlich auch relativ schnell. Vor allem wenn du Bären hast. Bären ist das schnellste. Oliver, was? Nochmal. Nicht nochmal. Noch ein Patreon-Update. Leider ist die API von Patreon ziemlich kacke, weswegen die Alerts nicht richtig funktionieren. Ich schätze mal, dass ich jetzt hier rein... ...und dann... ...puff. Okay. Typ 0 kann man auf nichts übertragen. Das stimmt nicht. Schwert und Schild hat Typ 0. Du kannst einfach... ...Typ 0 auf die Bank tun, auf Home tun... ...und von Home auf Schwert und Schild. Hoffentlich hat Leo für die Wuffels-Eier ein ausländisches Ditto. Nee. Wollt ihr hoffen, dass es ein... ...dass ein Shiny ausschlüpft? Nee, das ist... ...einfach nur... ...ein deutsches Ditto und ein deutsches Wuffels. Ich hab gerade meine E-Mail-Adresse bei Patreon bestätigt und kam der Alert. Das ist wirklich jedes Mal, wenn quasi in dem Pledge... ...in dem Account ein Update stattfindet, sagt er... ...das ist blöd gemacht. Ich kann auch nicht sehen, wie viele Patrons ich habe. Die Zahl da oben muss ich händisch eingeben. Weil Patreon einfach... ...die API ist nicht so weit... ...nicht so offen irgendwie. Okay, ich glaube... ...das ist ganz falsch. Hä? Warum war das jetzt da oben so ein grüner Ring? Okay, ich glaube ich muss... Ah ne, hier war ich noch nicht. Lüleiner Ring. Roter Ring? Aua. Wieso? Äh, wie heißt der? Wie heißt der? Coyote... Coyote... Bugs Bunny? Ne, wie heißt der? Der Strauß, der so schnell läuft. Wie heißt der? Roadrunner, genau. Aber hieß die Show auch Roadrunner? Dodri. Nein. Wir sind nicht immer bei Pokémon. Roadrunner, aber hieß die Show nicht... ...Roadrunner und Coyote oder sowas? Miep, miep. D-d-ding, 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 d-d-ding. Nieshine Wuffels mit Eventfähigkeit. Ja, auch in Kamesin und Popo... ...kriegt ihr super einfach Wuffels... ...eventfähigkeit in Shiny. Aber ich wäre ja... Also es geht ja eigentlich um den Origin Decks. Wenn ich Wuffels kriege, dann will ich nicht, dass es Shiny ist. Also. Außer der Leo gibt da ein zweites her. Ich kann aber die Zahl da oben gleich aktualisieren. Ich muss mal gucken gehen. Knirsch. Coyote. Roadrunner. Looney Tunes. Aber hat er nicht jede Show innerhalb von Looney Tunes einen Namen? Oh, warum hat er mich jetzt gekehlt? So schnell. Das kann jetzt schwer werden. L-l-ling. Nein, ich fühl's kick. Oh mein Gott. Ich dachte, es ist Stein Hagel. Wir sind bei geschlagenen 41 Patreons. Was ist denn da los? Ihr gönnt viel zu sehr. Das ist immer knallhart. 41 von 50. Die obligatorische Von-Zahl. Waschen ist Gen 7, Gen 8 ist Curry. Ich glaub, Oras ist auch waschen, ne? In Oras kann man auch waschen. Ach, der hat Akrobatik gemacht? Ja, Akrobatik ist krank. Das hab ich mit meinem, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, aber ich glaub in der Nuzlocke sogar. Ich hab ein paar Punga mit Akrobatik gehabt. Und das war sackenschnell. Kann man in BDSP noch Darkrai bekommen oder gab's den nur für bestimmte Zeit? War's Shaman oder Darkrai, dass man mit dem 1.0 Update kriegen kann? Gott, ich wünschte, ich könnte die Attacken checken. Ich will wissen, was der Unterschied ist zwischen Funkensprung und Ladestrahl. Aber Ladestrahl hat weniger AP, also muss es stärker sein. Los. Shaman geht, Darkrai nicht. Ja, ne, Darkrai kannst du nicht bekommen, wenn du nicht beim Event damals mitgemacht hast. Aber du kannst Darkrai in Platin bekommen. Heute noch. Fasernob. Darkrai geht auch in Legends. Ja, aber vielleicht möchte die Person Darkrai in BDSP haben und vielleicht Shiny hunten. Funkensprung ist physisch. Okay, ich weiß aber leider auch nicht, ob... Oh Gott. Ob Zappel hat ihn physisch oder spezial ist. Ich würde sagen, es ist spezial, ne? Oh je, oh je, oh je. Ich hätte nicht heilen gehen sollen, aber dann hätte ich nochmal die ganzen Kanonen abgehen müssen. Ladestrahl ist 50, kann aber Spezialattacke erhöhen. Geht auch auf Pokémon und dann Bericht? Ja. So wichtig ist es mir auch nicht. Warum hat das Fliegen nicht geklappt? 95. Oh je, oh je. Wie sind denn die Mode-Einstellungen, weil mein letzter Text nicht gesendet wurde? Schon wieder nicht? Stinkfuß Joe? Ich weiß es nicht. Die Mode-Einstellungen sind ganz normal. Dieses Switch. Ich habe die nicht auf extrem hoch gestellt. Die sind auf ganz normal gestellt. Auf niedrig sogar. Dann muss ich wohl noch mein Legends Arcus schauen. Ja, da kannst du es jederzeit kriegen mit Story einfach, glaube ich. Oder brauchst du da einen bestimmten Speicherstand. Ne, ich glaube, es ist einfach eine Story-Quest. Das war Rundes. Das war Rundes. Zwaron Ness. Zwaron Ness. Hallo Safety Man. Maori. Der Maori Racing oder der, die andere Maori? Ist das das Finale? Was ist das Finale? Zwaron Ness ist das letzte von ihr? Ne. Da ist es Zeit. Leos Archiv. Safety Man. Was ist mit Leos Archiv? Der einzig wahre. Maori, vielen Dank, dass du Patreon geworden bist. Vielen Dank. Ich muss mal wieder ein Patreon-Video machen. AEC, es heißt Leos Archiv. Was? Komm, 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 komm. Boom. AEC, danke. Achso, du redest mit jemandem. Was wurde gefragt? Wo man meine Worts nachschauen kann. Wie heißt nochmal dein Kanal mit dem Twitch-Stream-Uploads? Danke Safety Man. Leos Archiv findest du auch in der Beschreibung? Ne, ich glaub nicht. Da könnt ihr alles nachschauen, was ich bereits in Gen 5 gemacht habe. Das war easy dafür, dass ich kein Pokémon hatte, was gut gegen den Flug war. Aber ich bin ein bisschen überlevelt. Auch nur ein bisschen. Daniel, du bist dein Azurill. Oh, Akrobatik ist hier die TM. Aber Akrobatik gibt's, glaub ich, seit Gen 2? Ne. Ne, stimmt nicht. Ich hab, glaub ich, in Gen 6 Akrobatik bei Papunga benutzt. Das heißt, Akrobatik ist eine Gen 5-Attacke? Komm ich, komm ich, komm ich, komm. Ah, hier. Boom. Du hast Typ 0 entwickelt? Sehr, sehr gut. Meguminarr. Du bist ein Dada-Zarut. Ich mein, in den Bildern ist nur Dada hinterlegt, aber trotzdem bist du Dada-Zarut. Oder auf Deutsch, Sarude. Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander in Kämpfen anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen und das alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Ja. Aber genug, lass mich einfach mit deinem Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen. Schau, apropos Sarut, ne? Denn Pokémon belügen dich niemals. Und du bist sehr piroureal, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Leo für ein Trainer? Rette mich, rette mich. Er bringt mich jeden Tag einmal aus. Oh, bald. Das ist eklig. Nein. Er behandelt mich nicht wie eine Königin. Wie ein König. Verstehe. Leo ist ein Avenizier, achso, ist in Avenizier geboren und aufgewachsen. Lebt dort zusammen mit der Mutter und der Pokédex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Entweder er ist ein guter Illusionist-Magier oder er kann wirklich mit meinem Serpy-Royal reden. Offenbar vertraut ist dir voll und ganz, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn auch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten. Entzieh doch rum und red mit jedem Pokémon und guck zuerst, ob die Pokémon glücklich sind und dann klaust du sie oder befreist sie. Wenn er das kann, vielleicht kann er so eine Maschine bauen, mit der er einfach mit allen Pokémon gleichzeitig redet. Oder er ist so ein Seher und geht einfach mit Team Plasma die ganze Zeit rum und scannt alle Pokémon. Anstatt einfach alle zu befreien. Dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien und ein jeder Mensch wie Pokémon sähe einer leuchtenden Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Jesus benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Ich brauche einen Finsterstein bitte. Als das längere Pokémon einst seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Helden nahrend in einen tiefen Schlaf. Und ich, ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus seinem sternenden Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mir untertan sein. Mein Traum ist es, die Welt auf dem Wege der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer dir Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan. Die Leidtragenden sind letztlich doch nur die unschuldigen Pokémon-Türich der Trainer. Ich finde Pokémon-Texte so schwer zu lesen. Aber ich glaube nur N redet so komisch. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir und daher verdienen sie es, mit Achtung behaltet zu werden. Was? Glaub mir, es zerreißt mir förmlich das Herz, zur Verwirklichung meiner Pläne einen solch formidablen Trainer wie dich von seinen Pokémon trennen zu müssen. Warum mögen alle N? Ich finde den so doof. Der redet so geschwollen und... Die Leute mögen den doch nur, weil er cool aussieht. Ihr seid alle oberflächlich. Der hat voll den uncoolen Charakter. Das war ein grandioser Kampf. Erinnert mich daran, wie ich damals als Kind-TMs gespammt habe. Ich mache Amigento jetzt Level 100. Magst du es so sehr? Welche... Welche... Ist es Tafel? Stein? Was gibt man Amigento? Tafel, oder? Ich habe Arcus in Gen 4 jetzt gekegelt. Und es auf Bank bekommen. Gekegelt? Lag wohl wirklich an Schwarz und Weiß. Ja, Zerberos, das ist so interessant. Also anscheinend auf Reddit und sowas steht es ja, aber ich hätte echt... Es ist so logisch, wenn man darüber nachdenkt, wenn man weiß, dass Gen 5 den Herkunftsort und das Level von dem Pokémon resetet. Und das wusste ich eigentlich. Aber ich habe trotzdem nicht daran gedacht, das ins Video, in das Tutorial reinzusagen, reinzusprechen, reinzuschreiben. Weil... Keine Ahnung. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, es in Gen 5 zu entwickeln des Arceus oder zu leveln. Aber du bist auf die Idee gekommen und du musstest boosten dafür. Du musstest boosten. Aber krass, dass du es so schnell nochmal gemacht hast. Macht dir der Void Glitch etwas Spaß? Ich fand den Void... Der Void Glitch ist sacken cool. Aber Spaß... Hat er jetzt... Er hat Spaß gemacht, weil es halt so cool war, das rauszufinden oder halt nachzumachen oder halt sich da drin zu verirren und so. Man fühlt sich halt so... Hohoho, ich nutze das Spiel aus. Aber... Es ist halt so mühsam und so... Man fühlt sich die ganze Zeit sowas von unter Strom, weil was ist, wenn ich nur einen Schritt falsch mache? Hey. Amigento gibt man Discs. Ich weiß, das Arceus ist Tafeln. Ja, ich dachte, vielleicht sind es einfach die gleichen Tafeln, die man auch geben kann. Hier geht es gar nicht weiter. Wo geht es weiter? Ich wünsche, man könnte in Gen 6 auch einfach auf diesen Dingern gehen. Aber vielleicht kann man in Gen 6 auch auf diesen Light Planken gehen. Hä, wo muss ich hin? Es geht doch oben rechts weiter. Oder muss ich denn gar nicht weiter? Ich will ein Tagebuch. Hilfe. Wo geht es weiter? Sagt es mir. Wusstest du, dass du die Orden mit dem DS-Pen polieren kannst? Hier auch. Also in Gen 4 habt ihr mir das gesagt. Wo sind die denn? Ähm. Aber ich wusste nicht, dass es hier auch so ist. So, jetzt glitzern alle. Der noch. Der glitzert auch. Jetzt glitzern alle. Was kriege ich dafür? Schiller-Pin. Leo mag er nicht. Ist dann aber safe jemand, der Tali mag? Ich mag Tali nicht. Natürlich mag ich Tali nicht. En ist scheiße. JJ, dass du Gen 5 hast. Das weiß ich. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz... Also ich verstehe, dass man es wegen der Story nicht mag. Mir gefällt die Story auch nicht. Aber die Pokémon in Gen 5 machen alles wieder wett. Die Pokémon sind so cool hier. So, wo muss ich lang? Oben rechts, kurz unter dem Turm rechts. Mitten im Gras dann? Geht es da weiter? Ich will nicht durch das Gras. Man wird so malträtiert im Gras hier. Hier? Hier? Oh Gott, okay. Ah ja, da war ich doch sogar gestern einmal kurz. Ja, hier geht es jetzt wieder so ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gehen wir spät ins Gras. Ich versuche hier noch... Ho! Shit. Leo mag Tali, Hopp, Schwerthold und Schildrich. Ja, die vier besten NPCs. Die vier besten Story-NPCs. Ich glaube, Schildrich und Schwerthold sind die schlimmsten von allen. Bei Tali und Hopp ist schon schlimm. Aber der Zwielicht-Anime mit Hopp hat alles wieder wettgemacht. Das ist so eine gute YouTube-Anime-Folge. Seitdem kann ich Hopp nicht mehr... Nichts mehr übel nehmen. Und dann Hopp ist auch cool, dass er zwischendrin depriviert. Also man besiegt ihn so oft, dass er so richtig depriviert. Und das finde ich richtig cool. Dass man es endlich mal geschafft hat, einen Rivalen zu brechen. Weil alle anderen Rivalen sind so, oh, ich bin der Beste. Oh, das hat mir nichts ausgemacht. Ich werde trotzdem der Beste sein. Und Hopp ist so, was mache ich mit meinem Leben? Soll ich überhaupt noch weiter versuchen zu kämpfen? Oder soll ich einfach aufgeben? Bei meinem Vater im Geschäft arbeiten gehen? Hopp hat schon eine Story mehr als Schwert und Schild gesammt. Ja, ich dachte ja, als ich das erste Mal Schwert und Schild gespielt habe, dass dieser Unlicht-Arena-Leiter, quasi der Bruder von Merry, dass das Hopp ist. Weil kurz davor wird Hopp Depri. Und dann auf einmal geht man so in diese Yel, Team Yel Basis da rein. Und dann steht da auf einmal wirklich dieser Anführer. Und der sieht aus wie Hopp. Nur halt mit der anderen Frisur. Und ich dachte so, geil, Hopp ist jetzt so richtig Goth-Punk geworden, weil ich ihn so krass depressiv gemacht habe. Aber dann war es nicht. Der sieht dem nämlich echt ähnlich. Aber genau genommen sehen die Gesichter immer alle gleich aus. Aber ich hätte es so cool gefunden. Ist ja auch krass geworden, wenn er auf einmal Arena-Leiter ist. Pokémon Legends Z.A. wird vermutlich das Spiel, in dem ich dann endlich die Anziehen Hooper bekommen werde für Home. Willst du gar kein Pokémon Go spielen? Weil da kannst du die ja immer mal wiederholen. Ich habe noch einen Go Hooper. Aber es ist halt ein Go Hooper. Hat jemand von den Gen 1 Spielern schon mal diesen Trick probiert, mit dem man ein Shiny Ditto fangen können soll? Nee, ich habe das noch nie probiert. Ich fände es interessanter, in Gen 2 zu brüten mit dem Garados. Weil Ditto macht es so einfach. Ditto ist halt aber, Ditto geht mit allem. Aber das Shiny Garados geht nicht mit allem. Und dann muss man dieses, das kennst du ja, diese Line runtergehen, um ein Shiny zu brüten. Was eine coole Shiny-Methode ist. Warum habe ich Serpi Royale genommen? Das wollte ich nicht. Aber es soll nicht schwer sein. Das war irgendwas. Was war das? Du musst das Shiny Garados auf Gen 1 zurück übertragen. Das ist der schwerste Teil. Zwei Gen 1, Gen 1, Gen 2 Spiele nebeneinander zu haben. Auf zwei verschiedenen Systemen. Heutzutage mit VC bräuchst du halt zwei 3DS Systeme dafür. Und ich glaube, das Garados nimmst du dann, kämpfst dann mit Ditto. Und wenn du dann Ditto-Verwandler machst, übernimmt es auch die Shininess. Wenn du es dann überträgst auf Gen 2, sind es Shiny Ditto, irgendwie sowas. Also das schwerste ist, dass du halt zwei DS Systeme hast, mit Gen 1 und Gen 2 drauf. Leo, wo ist die Kanalpunkte-Belohnung, wo man ein Video schicken kann? Die ist weg. Die war nicht gut genug. Hat keinen Spaß gemacht. Wenn ich das Arceus aus einem zweiten Diamant-Spielstand habe... Okay, jetzt tausche ich lieber. Kann ich das auf Home bringen? Weil mein Shiny Arceus habe ich ja aus Diamant. Aber mit dem neuen Save sollte auch das Arceus gehen, oder? Du redest wirklich von Diamant, nicht von leuchtender Diamant, strahlender Diamant. Wenn ich das Arceus aus einem zweiten Diamant-Spielstand habe, kann ich das auf Home bringen? Denn mein Shiny Arceus habe ich ja aus Diamant. Mit neuem Save sollte auch das Arceus gehen, oder? Strahlender Diamant. Das sollte gehen. Weil es geht wirklich nur darum... Ich kann dir nicht garantieren, ehrlich gesagt, dass es geht. Aber es sollte gehen. Also, was eben heute ging mit Till, dass... Er konnte eins aus Diamant übertragen und eins aus Perle. Aber er konnte nicht zwei aus Diamant übertragen. Also, warum sollte es nicht gehen, dass du einen Spielstand in Diamant hast, überträgst, Spielstand neu machst und einen zweiten Spielstand aus Diamant überträgst? Aber vielleicht sagt Home einfach allgemein... Oh! Du hast Arceus schon aus BDSP übertragen, oder aus BD. Oder SP. Aber es sollte eigentlich gehen. Auf jeden Fall geht es mit einem anderen Spiel. Aber es sollte auch mit einem anderen Spielstand aus dem gleichen Spiel gehen. Du machst gerade ein Schwert Living Decks. Das muss ich auch irgendwann noch machen. Weil ich das Achievement in Pokémon Home haben will. Aber in Schwert und Schild fehlen mir anscheinend nur so vier Pokémon oder sowas. In BDSP fehlen mir die meisten. Da fehlen mir irgendwie 200, um das Achievement zu bekommen. Mensch, Sharon, wo ist Bell? Jetzt kommt doch bestimmt gleich ein Bell-Kampf. Oh nein. Also wirklich, bla bla bla. Ihr habt auch keine Ahnung. Ach nee, Moment, er ist gut, ne? Das ist doch der Champ. Der ist lieb. Das ist jetzt das Vorbild von Sharon, glaube ich, ne? Sharon ist so, oh mein Gott, er ist so stark. Ich will auch so stark werden wie Lauren. Lauro? Ey, Surfer! Oh, wir könnten jetzt Milza holen. Beziehungsweise, habe ich, darf ich die VM einsetzen oder ist die nächste Arena auf die VM? Ich war nicht da. Macht der Leo das eh gut? Hier spielen? Passt schon. Zwischen ist mein Team so stark, dass ich, dass es schwer ist zu verlieren. Ich bin eigentlich der Einzige hier, der nie einen Formdex macht, sondern einen normalen Livingdex. Du bist sicher nicht der Einzige, aber ich weiß nicht, wie viele Livingdex du schon gemacht hast, in welchen Spielen oder insgesamt. Irgendwann hast du es halt und dann denkst du dir, was jetzt? Dann ist der nächste Schritt halt der Formdex. Weil warum nur ein Icognito haben, wenn man 26 Icognito haben kann. 28. Pokémon Platin ohne Hülle ab 50 Euro. Mit Verpackung ab 100 Euro eBay kleiner zeigen. Ich wundere mich nur, warum das so formuliert ist. Wer verkauft Pokémon Platin mit oder ohne Hülle? Das klingt dann eher nach einem Laden, der mehrere hat. Oder nach Reproduktion. Also wie meinst du das? Pokémon Platin ohne Hülle ab 50 Euro, mit Verpackung ab 100 Euro. Oder sind das verschiedene Anzeigen? Wenn das verschiedene Anzeigen sind, klar. Ich erkenne es beim Siegel, bin Pokémon Sammler. Na, dann ist doch alles gut. Ich finde auch, dass man an den Bildern oft sieht, ob eins ist. Ob es einfach fake ist. Wie gut die Qualität von dem Druck ist, von dem Stempel und sowas. Viele verkaufen nur die Cartridge. Ja, ja, klar. Aber oft auf eBay zumindest, wenn da so ein Angebot ist, mit mehreren Versionen davon, dann ist das halt so ein riesiger Shop, der 300 Spiele verkauft. Ich mache ein Shiny Living Decks in Home. Nice. Ich verspreche dir, wenn du den Shiny Living Decks hast, willst du ein Shiny Living Form Decks haben. Strepp-Bulli? Was ist mit der Fusion? Ich will Visenio und Relaxo sehen. Ich will auch so einiges im Leben. Aber manchmal muss man halt sich ein bisschen gedulden, bis man bekommt, was man will. Du lernst hier was fürs Lebe. Fürs Lebe. Fürs Lebe. Du lernst das hier. Was willst du sehen? Was sind deine Zahlen? 162 und 143. Schauen wir mal. Oh, das ist so süß. Das sieht aus wie Totoro. 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 Okay, Alter, da hast du was sehr Süßes gemacht. Das muss doch das Warten von... Das muss doch das Warten von... Das muss doch das Warten von... 3 Minuten wert gewesen sein. Ich will meine Punkte zurück. Das sieht komisch aus. Hä, das ist einer der besten Fusion, die wir je bekommen haben. What do you mean? Weg damit. Ich habe Y wieder angefangen. Nice. Ich mag XY. Ich mag das Rollerbladen. Kommen wir jetzt hier durch. Muss ich Angst haben. Swarones 38. Ey, mein Swarones wird zum stärksten Pokémon gerade. Das darf nicht sein. Sepp Royal. Du hast meine Fusion übersehen. Die wurde jetzt überspeichert. Die haben wir doch vorhin gemacht, deine Fusion, oder? 129 und 208. Oh, haben wir den nicht gemacht. Du kriegst die Punkte zurück. Du... Kannst gleich das nochmal machen. Ich habe die Nummer nochmal genommen, aber andersrum deswegen. Okay. Ähm. Ist das wild? Es ist nicht Shiny Dave. Verdammt. Äh, hat es... Das hat kein Geschlecht, ne? Frigometrik. Es kann ja einfach fangen, glaube ich. By the way, ich habe mir... Eine schöne Lichtliste jetzt gemacht. Wo ich alles rausgemacht habe, was keine versteckte Fähigkeit haben kann. Die Liste sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt hier die Liste gemacht. Und das sind alles... Also das sind wirklich die, die ich mit versteckter Fähigkeit haben kann. Soweit ich das verstehe. Und... Äh... Frigometri ist nicht dabei, ne? Nein. Nein. Aber eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum ich so verdammt hoch sitze in meiner Kamera. Und... Warum hier unten? Äh... Warum? Borreos existiert im Traumradar mit versteckter Fähigkeit. Aber die Tiergeistform hat keine versteckte Fähigkeit. Ich kriege doch nur die Tiergeistform im Traumradar. Heißt das, dass... Wenn ich Borreos im Traumradar fange, hat es keine versteckte Fähigkeit. Aber wenn ich dann die Form umwandele, bekommt es die versteckte Fähigkeit? Oder kriege ich Borreos auch im Traumradar? Tiergeister haben nur eine Fähigkeit. Ja, die Standard. Also, ja. Aber, aber... Warum hat Borreos im Traumradar die versteckte Fähigkeit? Ich dachte, es gibt nur die Tiergeistform. Okay, wenn ich es um... Okay, wenn ich es umwandele. Aber ich kann es in Gen 5 ja gar nicht umwandeln. Das heißt, wenn ich es in einer anderen Gen umwandele, hat es dann Siegeswille. Das ist aber auch komisch, oder? Das ist auch irgendwie komisch. Einfach seltsam. Man kann in Gen 5 die Tiergeistform umwandeln. Aber ich dachte, es geht erst ab Gen 6. Warum spiele ich denn dann Traumradar? Nee, aber okay. Das heißt... Das heißt, genau genommen muss ich 2 Borreos in der Tiergeistform fangen im Traumradar, damit eins dann die versteckte Fähigkeit haben kann. Oder ich fange normales Borreos, mache das zur Tiergeistform und die Tiergeistform mache ich zu Borreos. Dann hat aber das Borreos einen Traumball und die Tiergeistform keinen Traumball. Okay, irgendwie werden wir das machen. Aber das sind wir noch nicht. Jetzt versuche ich erstmal einen Frigometri zu fangen. Ach, das Umwandeln geht nur in Schwarz-Weiß 2. Aber das macht Sinn. Days, du bist ein Skor... 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 Skorgrer. Der Encounter ist mega selten. Frigometri? Dachte ich mir schon. Das dürfen wir jetzt nicht besiegen. Du darfst jetzt keinen Volltreffer machen. Skorgru? Nein, nicht doch. A-I-O-U. Kostner, danke schön. GTS in Gen 7 fürchterlich. Ich würde GTS auf Home machen. Da gibt es auch einige Trolle, die dich nerven wollen, aber es funktioniert eigentlich sehr gut. Warte, Chuck Norris, ich seh's, ich seh's gleich, gleich, gleich. Lass mich doch den Frigometri-Catch genießen. Du brauchst aber das Tiergeist Demeteros, damit du den Wahrspiel bekommst in Black White 2. Okay. Aber ist ja kein Problem. Das Herb-Royal wird hier vernichtet, ey. Hallo Eva. Eva. Ich schätze auch, dass Phigometri ein bisschen schlechte Catch-Rate hat. Wollen wir das mal überprüfen. Aus Interesse. Gen 5. Wie heißt das? Frigo? Nee, ne? Ah, wie heißt das auf... Ich guck hier immer nur Legis nach. Was heißt Frigometri auf Englisch? Muss auch relativ weit unten sein, oder? Icicle oder so? Klick-Klack. Cry-Cry-Oh Gott. Cryonogl. Von wegen Cryo und Exagon. Also Cry-Cry-Ogonl. Was für ein Level hast du? 31. 14%. Es geht ja. 8%. Ich glaube, es ist eins von den schwereren, aber es geht ja. 14%. Wie lange kann man jetzt auf dem DS noch alles auf Bank und dann auf Raum übertragen? Bisher für immer. Wir wissen nicht, wann das zumacht, Dominik. Dave hat bei seinem Origin-Decks in Gen 5 einfach nur ein Frigometri gesucht und es kam Shiny Frigometri. Aber er hatte ja nicht viele Bälle dabei. Aber du hast es gekriegt, ne? Hattest du nur Pokébälle dabei? Oder hast du es dann im Pokéball gefangen? Das Ding will aber nicht gerade, äh, nicht wirklich drin bleiben. Auch wenn legendären Schillern sind, geht es nur einmal. Was meinst du, von was reden wir? Du hattest nur Pokébälle? Vielleicht ist es deswegen nicht schlecht, dass ich meine anderen Bälle nicht verkaufe. Falls was kommt. Komm her, komm her. Eis, Hexagon, heyo. Rampapapapapam. Okay, wir haben eine unglaublich wichtige Fusion. Auch hier frage ich dich, warum tust du sowas? Bist du... Ja, du bist zufrieden? Okay. Ich würde mich ja damit nicht zufrieden geben. Aber es sieht besser aus als das davor. Das davor war... Andersrum war... Traurig. Ich will das Relaxo zurück. Marco, mit wem redest du? 300 Euro kann sehr gut fake sein. Mit wem redest du? Ah, ist das wieder das YouTube-Problem? Marco! Spul nach vorne! Du schaust den Livestream nicht live an. Du kommentierst auf ein Video. Aktualisiere den Stream und spul nach vorne. Du bist nicht live dabei. Ich glaube, du redest von Sachen von vor 15 Minuten. Wie sieht Gardevon-Mobil-Test aus? Das weiß ich doch nicht. Meisterbälle kann man nicht verkaufen. Ich will auch Meisterbälle nicht wirklich verkaufen. Aber ja, ich glaube, das geht nicht, Gennen. Und wenn... Ich glaube, jeder Pokéball verkauft sich nur für 100 oder sowas. Wie schwer findet man Barschwein-Purpur? Einfach nur ein Barschwa? Sehr einfach. Du musst einfach nur dahin, wo Barschwa ist. Und das ist in einer Höhle auf dem Felsen in der Mitte von Kitakami. Also auf dem Berg, in der Mitte bei dem See ist eine Höhle. Gehst du rein, gehst ganz runter und da ist ein Barschwa. Der YouTube-Delay ist eigentlich weniger. Das Problem ist nur, dass YouTube, was eigentlich cool ist, YouTube erlaubt, dass du den Stream zurückspulst. Das heißt, wenn du irgendwann mal auf Pause drückst oder einfach einen Hänger bei dir im Internet hast, dann bist du irgendwann immer weiter hinterher. Aber YouTubes Delay ist eigentlich um einiges geringer als der von Twitch. Man muss halt aktuell bleiben. Das sind nur Schmerbe. Schreib mir doch nicht an! Was hast du denn gegen Schmerbes? Ich weiß, dass da ein Barschwa ist. Du bist an der falschen Stelle. Ich hab da Barschwa geschein gehuntet. Du findest da Barschwa. Aber vielleicht brauchst du halt ein bisschen Geduld. Ein Petsneef. Ein wendliches Petsneef. Bist du auf der Liste, Petsneef? Stehst du auf der Liste? Petsneef. Oh, Petsneef ist auf der Liste. Wir brauchen es nicht fangen. Es kann eine versteckte Fähigkeit haben. Tschüss. Ist es dir wichtiger, dass Pokémon deine OT haben? Oder dass es das erste Mal ist, dass sie auftauchen? Das erste Mal, dass sie auftauchen. Origin Decks. Fange das Pokémon dort, wo es das erste Mal vorkam. Das killt mich jetzt, aber egal. Das Schmerbe, die Schmerbi. Schmerbissimus. Warum dann das Void Arceus? Das ist doch immer noch das erste Arceus, was du jemals bekommen konntest. Was meinst du? Ist doch das gleiche Spiel. Oh mein Gott, das hat mich nicht umgebracht. Du machst es halt so, wie es dir passt. Ja, aber was ist denn an dem Void Arceus gegen meine Regel? Es ist ein Diamant. Was das erste Gen 4 Spiel ist. Es ist ein Arceus mit meiner OT im Pokéball. Also es ist doch mehr meine Regel als das Arceus aus Mishina. Ey, man geht hier ein Zentimeter und es ist nur wild, wild, wild. Bei Pikachu sind das nur Pikachu. Pikachu. Verox hat auch wieder. Heute habt ihr es mit den Fusion. Verox, deine Fusion. Welches Rosana ist es diesmal? Zubatze. Zubasen. Zubasa. Das ist sehr süß. Das ist sehr süß, oder? Das ist übertrieben süß. An irgendwas erinnert es mich. An irgendein Ghibli-Tier wieder oder sowas. Was ist denn das? Das erinnert mich an irgendwas. Das könnten Pokémon... Naja, das könnte nicht... Naja, Pokémon sehen anders aus. Die ist super hoch, Tennis. Ich glaube nicht nur gefühlt. Das kann nicht sein. Du gehst echt zwei Schritte und schon zack, bumm. Ach da, ich... Mein Charakter, der ist zu fein, um in den Matsch zu treten. Eines der wenigen nach Tarrafusions, die ich akzeptiere. Ich hatte tatsächlich nicht verstanden, wieso Platin erlaubt war. Warum? Platin ist Gen 4. Es macht keinen Unterschied, ob ich Platin oder Diamant nehme. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich Platin oder Diamant nehme. Es ist das gleiche Spiel, nur Platin ist das bessere Spiel. Ich habe keinen Vorteil dadurch, dass ich Platin nehme. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass wir zusammen mehr Spaß haben, weil Platin ist das bessere Spiel. Nichts ist einfacher, nichts ist schwerer, es ist einfach vollkommen irrelevant. Das Void Arceus existiert halt einfach nicht wirklich. Na doch, ich habe es ja. Also es existiert ist. Und das Mew existiert genauso wenig. Warum sollte das Mew aus Gen 1 mehr existieren als das Arceus? Das Mew ist sogar nach einem Glitch benannt. Mew Glitch. Warum ist das Mew unechter oder echter als ein Void Arceus? Wenigstens gehe ich zu Arceus hin und fange es. Das Arceus steht ja tatsächlich da, nur ich stehe an einer anderen Stelle. Das Mew ist noch nicht mal da. Das kommt aus dem Nichts, weil du mit einem Trainer kämpfst. Also das Mew ist so viel weniger da als das Arceus. Kalres, ich glaube, du hast die falsche Belohnung gemacht, oder? Oder hast du einfach Bock gehabt, die Zahl zu schreiben? Hast du mal Pokéfusion gespielt? Ne. Sedimantur, let's go. Es ist ja nicht das Mew unter dem LKW. Genau. Es ist nicht das Mew aus dem LKW. Es ist nicht das Mew, das man geschenkt kriegt in Japan. Es ist ein Mew, das du per Glitch herbeizauberst aus dem Nichts. Beim Void Glitch glitsche ich mich zu dem Ort, wo Arceus tatsächlich steht. Das GF Mew. Genau, es ist ja, beim Mew Glitch kriegst du ja nicht das GF Mew. Du musst es ja durch Glitches zum GF Mew machen, damit es überhaupt ein Mew ist, das existiert. Stripuli, Stripuli. Odeys, vielen Dank für dein Resub von 5 Monaten. Vielen Dank. Heute hab das aber mit der Fusion. Okay, Nevis, hier ist deine Fusion von 160 und 9. Totalk hatten wir vorhin. Was ist jetzt 160? Okay. Okay. Das sieht irgendwie aus wie ein Spielzeug. Oder? Dieses Rot und Blau sieht irgendwie aus wie ein Spielzeug. Aber es hat so eine kleine Nase vorne. Sieht schon cool aus. Schildkrötenkrokodil. Impertok. Impertok. Ja, es sieht okay aus. Es ist wirklich wie so ein Spielzeug irgendwie. Wie so ein Spielzeugsoldat. Ich würde es fangen. Ich würde es fangen. Das mit dem Mew hat sich nicht nur Deutschlandwald verbreitet. Das ist eine internationale Sache. Temtem, das Spiel Temtem, hat, glaube ich, auf einer der ersten Routen LKW stehen. Und wenn du da hingehst, ähm, kommt irgendein Dialog, was halt an Mew erinnert. Als an, 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 an Lehnung an Mew. Der Mew Truck ist international. Das ist nicht nur Deutschland. Also umso faszinierender. Wer kam jemals auf die Idee? Wer, es muss ja irgendein, es kann ja echt irgendwie sowas sein, dass es, es muss ja eigentlich sowas sein, dass es mal in der Zeitschrift stand oder sowas. Oh, unser erstes Juitesto, das wir sehen. Ich hätte gedacht, Juitesto und Caradonis sind exklusive Pokémon. Sind sie aber nicht. Ich kann beide fangen in beiden Spielen. Ein Swarones will nicht draufgehen. Das Swarones. Weil das Mew auf dem basiert, was wirklich verteilt wurde? Nein. Das Mew, das du dir mit dem Mew Glitch holst, ist ein Random Mew, das nicht auf dem GF Mew basiert, das verteilt wurde. Oder? Am Ende war es ein Marketing-Gag. Ich kann mir halt vorstellen, dass, also damals war halt noch nicht so das Ding mit Webseiten und sowas. Es kann halt echt sein, dass irgendeine Zeitschrift das mal abgedruckt hat. Weil das irgendjemand, und keine Ahnung. Ich trainiere so hart. Ich werde so stark. Ich hoffe, ich habe keine Chance. Gleich kommt Bell wahrscheinlich und macht mich fertig. Oh nein. Warum gibt es das Mew denn überhaupt? Das musst du GF fragen, warum die ihre Spiele so schlecht programmieren. Also, kann ja uns nur recht sein. Ich meine, es ist halt ein Glitch, den man so sich zurechtgefunden hat, so zurechtgelegt hat. Du kannst bestimmt auch mit anderen Glitches einen Radfratz herbeibeschwören. Aber das will halt keiner. Du hast halt genau die OT und genau die ID des ersten verteilten Mew. Für mich ist das legitimer als das Void Arcus, weil das einfach nicht von GF mit diesen Daten gab. Aber es sieht ja anders aus. Das macht keinen Sinn. Reden wir vom gleichen Mew? Das einzige Mew, das du dir holen kannst, in Rot und Blau, ist das Mew, das du mit dem Mew Glitch bekommst. Und dieses Mew Glitch fängst du selber und hat somit deine OT, deine ID und ich glaube noch nicht mal, ich weiß nicht, was für Stats das Mew hat, das GF Mew. Und ist somit nicht das GF Mew, weil du es selber fängst. Und das ist Was ist das hier eigentlich für eine krasse Schlucht? Und wann bin ich endlich da? Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Oh Gott, ich mach gleich einen Schutz an. Ich brauche, glaube ich, sogar noch einen Strebpulli. Es wäre geil, wenn Game Freak für das 30 Jubiläum alte Events nochmal macht, so über das Jahr verteilt. Das hast du gestern schon geschrieben. Ja, natürlich wäre das geil, aber das machen sie nicht. Das wäre wundervoll. Aber verlass dich da nicht drauf. Dino Max, kannst du aufhören, alles zu kommentieren, was du gerade machst, vor allem in Versalien? Chill. Hab doch Spaß mit Schwert und Schild. Beschwer dich doch nicht so sehr. Achso, jetzt spielst du gerade Purpur. Hä, warst du nicht bei Schwert und Schild? Wo bist du, wie bist du jetzt in Purpur? Wie schnell wechselst du? Du wechselst ja deine Spiele wie die Schlüpper. Wie schnell wechselst du denn deine Spiele? Aber sich eine Million Schritte durch die Schwert zu glitschen ist legitimer. Ja, ich fange das Mew genau so. Heißt aber, GF und die ID schiebe ich zurecht. Ist beides nicht die feinste Art, aber das Endresultat dieses Mew hat existiert. Dieses Arceus nie. Und das ist der Punkt. Ja, ist ja okay. Kannst du ja der Meinung sein. Aber egal was du sagst, ich werde immer so denken, so das sagen, was ich denke. Und zwar, du genauso wie du ein Mew fabrizierst aus nichts. Du holst ein Mew herbei mit einem Mew Glitch und dann änderst du mit krassen Arbitrary Code Execution die ID von dem. Genauso kann ich auch Arbitrary Code Execution in Gen 4 machen, um das Arceus zu verändern, um es übertragen zu können. Nur in Diamant und Perl muss ich das nicht machen. In Diamant und Perl kann ich dem Arceus einfach Level 100 geben. Und schon habe ich ein Arceus, das legitim auf der Bank ist, auf Home ist. Wohingegen du Arbitrary Code Execution machen musst, was nahezu cheaten ist. Was also, ist ja okay. Ich sage nicht, dass es negativ ist. Aber wenn wir darüber diskutieren, ob ein Mew oder ein Arceus legitimer ist, was sowieso schon eine Diskussion ist, die komplett egal ist. Aber es ist halt interessant, darüber nachzudenken. Dann ist ein Mew, das du mit Arbitrary Code Execution erschaffen musst, definitiv unlegitimer als ein Arceus, das du mit einem stinknormalen Glitch findest. Weil ich, das Arceus steht da. Und ich muss nur hingehen. Und dann es fangen. Dein Mew wird aus dem Nichts erschaffen. Und dann veränderst du es so, dass es ein Mew ist, das legitim ist. Ich muss das Arceus noch nicht mal verändern. Äh, boom. Aber ist okay, du magst halt Mew mehr. Ist doch okay. Hobby los juckt eh nicht. Ich weiß nicht, wen du meinst, was du meinst. Aber hier geht's um Hobby. Also warum sind wir Hobby los, wenn wir über ein Hobby reden? Kill it. Kill it. No. Fleti Amo. Komm, Zabladin. Level up. Welches Level brauche ich? 35 oder 40? 40, ne? Nein. Das macht doch dein... Ach Gott, immer zurückschrecken. Nein. Ich muss echt neu raus, rein, raus. Ich brauche ein Barschwar und das brüte ich in Purpur und übertrage es dann auf Schwert. Weil du keinen Bock hast, Barschwar zu angeln in Schwert und Schild. Und das nennst du dann Living Decks. Ne, klar. Würde ich vielleicht auch machen. Ah, Lichtl, you can do it. Click. Das war das Letzte, oder? Zabladin. Zablakek. Hallo, Little Sheep. 39. Okay, brauchen wir noch ein bisschen. Stream wird mir jetzt erst angezeigt. Ich habe letztens ein Interview gesehen vom CEO von Twitch, dass das... Ich habe es nicht ganz gecheckt, dass das irgendwie Absicht ist, dass man nicht immer sofort Bescheid kriegt bei Notifications, weil Twitch will, dass du einem Livestream joinst und nicht von Anfang an dabei bist. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Deswegen die Notifications oft erst später kommen, wenn der Stream erst so richtig abgeht. Quasi, das kann ich irgendwie schon verstehen, wenn man sagt, es macht mehr Sinn, wenn du einen Stream joinst nach 15, 20 halber Stunde, weil am Anfang ein Stream immer langweilig ist. Und vor allem, viele haben am Anfang vom Stream ein Starting Screen, sodass es 15, 20 Minuten sowieso nicht losgeht. Deswegen macht es sogar Sinn, wenn Twitch da mitdenkt und sagt, okay, wir senden die Notifications raus, dann, wenn es Sinn macht, den Stream zu joinen, damit der, der die Notification kriegt, zufrieden damit ist. Wobei, du jetzt nicht zufrieden bist, weil du das Gefühl hast, zu spät da zu sein. Oh mein Gott, diese wilden Pokémon. Hallo Tabula, Tabulor. Was machst du eigentlich genau gerade in diesem Moment? Atmen, wahrscheinlich auch verdauen, einen Pups zurückhalten und Pokémon Gen 5 spielen. Aber am wenigsten von all den Sachen spiele ich wahrscheinlich gerade Gen 5. Das andere ist effektiver, äh, gerade in meinem Kopf. Ich mache jetzt einen Top-Schutz an. Ja, auf der bitteren Konsole hat Mew sowieso nie existiert, ja. Komm, ich schaffe es hier eh kaum durch. Ich habe einen Zappladin, das tot ist und einen Lichtl, das tot ist. Mal schauen, wie weit ich komme. Die Hände. Aber da ich es shiny will, muss ich warten. Du meinst, du shiny hattest es? Also du wartest darauf, dass es shiny wird. Ist doch cool. Okay, vielleicht geht es unten weiter. JP, du bist ein, äh, Pico-Chiller wird zu Chiller Bell. Chiller Bell. Ey, shit. Okay, der killt mich jetzt. Keine Chance. Ich hunte, ich shiny hunte gerade Arceus in Legend Arceus. Little Sheep, das geht nicht, wenn du das ernst meinst. Leute, ihr müsst immer, wenn ihr legendäre Shiny hans machen, überprüfen, ob man das überhaupt shiny hanten kann. Okay, das ist GG. Ich bin tot. Ladestrahl, los. Wusstest du nicht? So gut wie jedes legendäre Pokémon ist Shiny lockt heutzutage. Du musst eher davon ausgehen, dass sie nicht in Shiny existieren. Mach es aber erst seit einer Stunde. Wie machst du das vor allem? Arceus ist ein fetter Bosskampf. Wie resettest du Arceus? Wann? Wo? Also, quasi du startest den Bosskampf immer wieder neu? Es kann nicht sein, dass ich diesen Kampf jetzt hier gewinne. Der hat noch eins, oder? Ja. Kampf resetten. Ja, nee. Das geht nicht. Seit einer Stunde. Er hat schon zwei Encounter. Ich glaube nicht, dass er... Du hast nicht jedes Mal Arceus bekämpft, oder? Und tschüss. Außer Schwert und Schild. Wie außer Schwert und Schild? In Schwert und Schild sind die Legis auch shiny lockt. Schwert und Schild hat's angefangen mit dem großen shiny locken. In Gen 5 hat's angefangen, aber Schwert und Schild war so der... Der Gnadenstoß. Aber nicht alle. Hm. Also, sagen wir mal Senta, Endy Narlos und Sashian. Du redest von den alten Legis, ja. Aber alles, was neu ist in Legends... Okay, Regirock, Regidrago und Regieliki sind nicht shiny lockt. Aber die Starter und alle anderen Legis sind shiny lockt. Dann halt in BDSP. In BDSP kannst du Arceus shiny resetten, ja. Boah, muss ich jetzt weit gehen. Oh mein Gott. Da waren auch noch sau viele Trainer, die ich noch nicht besiegt hatte. Diese Feuerspucker hier. Wir besiegen alles. Ist auch gut für den Pokédex. Ja, der Gnadenstoß kam in Gen 9, ja. Svaroness wird mir zu stark. Aber ziehen's durch. Zabladin Level 35. Wann entwickelt sich Lichtl? Ich glaub auch erst auf 40. Oder sogar noch später. Kann mir vorstellen, dass in dem Haus jemand heilt. Brauch ich nicht. Okay. Leinstadt Spatz, du bist Routena? Routena, ne? Ja. Routena. 42, 41, 41, 40 bis 42. Der Lischiebe geht auf Nummer sicher. Warum kommst du jetzt als Feuerspucker mit nem Emolga? Unvorhersehbar Gen 5 hier. Das ist der Grund, warum Gen 5 so schwer ist. Das widerspricht allen Regeln von Pokémon-Spielen. Feuerspucker mit nem Emolga. Okay, aber es ist dumm und macht Agilität. Was ist jetzt schneller als ich? Nee, komm. Ich bin ein Svaroness. Haha. Oh, Fluchtwert. Hohoho, Loser. Zeppelin auf 39. Ja. Dann haben wir einen Donnerstein. Aber wir haben keinen Finsterstein bisher. Äh, Symbolara, was hab ich gegen das gemacht? Die ganze Zeit. Ach, Knirscher. Ey, manchmal braucht man so lang zwischen zwei Städten, weil der Weg ist ewig. Die Trainer sind häufig. Ich meine, es sind noch locker 50 Trainer, die ich da besiegen kann zwischen zwei Städten. Knirscher. Drabigator. Ist Drabigator schon 40? Oder 45? Das hat sich entwickelt auf 35. Nee, das kann nicht sein. Das muss 45 sein. Kann Suppler Kek noch auf Level 41 trainieren, weil es da Donnerblitz erlernt, sonst kann es die Attacke nicht erlernen. Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Mein Gott, das ist ein sehr guter Tipp. Es kann sonst kein Donnerblitz erlernen? Das ist so frech, ne? Das sind so freche Sachen, von die einem keiner warnt. Genau wie Kapilz und Pilzspore. Husky, du bist ein Poltergeist. Poltergeist, äh, nee, doch, also anders. Poltergeist? Nee, das ist Englisch. Äh, Morcha, Mortipod. Ich habe inzwischen die Eselsbrücken mit den Neuen. Mit Morcha und Poltergeist. Fatalicha und Morcha. Seit wann haben Feuerspucker Elektro-Pokémon? Bin ja gespannt, wie die Story von Legend Z wird. Ein Jahr kannst du noch gespannt sein. Wobei, irgendwann kommt bestimmt ein fetter Trailer, bei dem wir einiges mehr vermuten können dann. Ja, ein Schwert und Schild und Karmesin und Popo natürlich, sobald die Welt offen ist und du nicht gezwungen wirst. Sobald ein Schwert und Schild wirst du noch manchmal gezwungen, NPC-Kämpfe zu machen, aber du kannst krass aus dem Weg gehen. Aber, dafür liegt der Augenmerk halt auf anderen Sachen, halt auf Open World. Nicht mehr auf Schlauch-Level-Kämpfe gegen alles. Aber, als ob Z.A. wirklich nur in der Stadt spielt, ich hoffe es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Entweder das Spiel ist wirklich so ein Stadtaufbauspiel, wo es nicht um Pokémon fangen geht. Oder es gibt Instanzen, wo man aus der Stadt raus kann, um Pokémon zu fangen. Aber es ist halt super seltsam, dass sie offiziell sagen, dass das Spiel komplett in der Stadt spielt. Vielleicht spielt es doch in der Moderne und wir kriegen so ein VR auf, wie in Final Fantasy und dann sind wir in so einer anderen Welt, in denen wir dann Digimons fangen. Aurora-Strahl, Surfer, Aquawelle und Biss. Ich finde, Surfer ist geiler als Hydro-Pumpe. Nicht nur ist Surfer auch noch eine Flächenattacke, Surfer trifft auch immer und Hydro-Pumpe trifft halt nicht so oft. Aber ich finde, Aquawelle ist nicht so toll. Du könntest Hydro-Pumpe mit Aquawelle ersetzen, oder? Was kann denn Aquawelle? Surfer ist immer der Beste. Ich bin... Oh Gott. Also die Stadt wird bestimmt größer und detaillierter als an in XY. An XY, die Stadt ist nicht so groß. Die wird definitiv größer. Und du wirst ja auch in Gebäude reingehen können und machst nicht alles wahrscheinlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wo du in einer Stadt wilde Pokémon fangen sollst. Außer halt so Stadt-Pokémon wie Hunde und Ratten und Mülleimer oder Müllsäcke. Wenn man es richtig übersetzt hätte, dann müsste ein Story mainly in Illumina heißen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, das glaube ich eben auch, dass es halt heißt, das Spiel wird in Illumina City spielen. Also die Story vor allem und es geht um Illumina City. Oh Gott, meine Güte, ey. Also es geht um Illumina City, aber... Natürlich wirst du auch rausgehen können. Weil sonst hast du ja wirklich ein Detektiv-Pikachu-Spiel. Wo du die ganze Zeit in der Stadt rumläufst. Was machst du? Ich spiele Pokémon. Moment, aber das ist... Doch, ich war doch richtig. Ich bin so blöd. Ich dachte, ich bin noch ein Ding davor. Okay, okay, okay. Hier hoch. Und... Ich mache jetzt wieder Top-Schutz an, weil... Es wird zu viel. Ich werde auch zu stark. So, kann man das hier jetzt noch ordnen? Schade. Der Superschutz ist nicht ganz oben. Oh, ich habe ein Glücksei. Wann habe ich denn ein Glücksei bekommen? Krass. Hä? Gegen was habe ich gekämpft? Geben... Ähm... Geben die... Wie heißen die hier? Oh, doch. Eben hier Ordoch... Ah ja. Ich habe gegen ein Ordoch gekämpft. Aber vielleicht lag es auch irgendwo rum. Wo ist denn jetzt der Top-Schutz? Schutz. Super Schutz. Wie kann ich... Wie kann ich den... So? Und jetzt ist es... Ich dachte, es gibt sowas wie Favoriten. Habe ich das nicht favoritisiert? Oder habe ich das nur markiert, um alles zu löschen oder sowas? Superschutz. Es markiert. Wo finde ich den Superschutz jetzt? Oh, Surfer. Muss ich mal beibringen. Dass Zapladin kein Surfer kann, finde ich schon komisch. Also das ist doch... Für mich ist das ein Aal. Wasser. Aber gut. Äh... Anstelle von Blubstrahl. Wer braucht denn schon Blubstrahl? Im Game? Und dann hast du das aufgelistet? Die Tasche sortieren ist klar, aber es gefällt mir nicht, wo... Ich hab's doch jetzt markiert, oder? Also so kann ich's markieren. Mit Y kann ich's sortieren. An dem Start kann ich's sortieren. Und so kann ich's nach oben tun. Klar. Aber ich dachte, es gibt so ne... So ne besondere... Ich dachte, es gibt ne Favoritentasche. Wo all die Sachen drin sind, die ich favorisiere. Egal. Wir gehen rein. Jetzt raus, da wo du läufst. Und dann Y drücken? Achso. Du meinst, es ist... Aber ne. Das ist die Karte. Die Karte liegt auf Y. Das ist was anderes. Die Karte hab ich registriert auf Y. Aber... Ach, die Mehrzwecktasche gibt's erst in Schwarz-Weiß 2. Okay. Gut. Dann vergessen wir das. Wofür mach ich dann den Pfeil daneben? Den Haken? Wofür gibt's dann den Haken? Alle fragen immer, was ich mache und nicht warum. Ich konnte mir ihre Sachen auf Y legen. Lass schauen. Ich hab zum Beispiel noch nie das Fahrrad gemacht. Tatsächlich. Und jetzt? Oh! Wow! Okay. Ja, aber Top-Schutz ist nicht dabei. Sag ich doch. Ja, aber, aber, aber nicht der Top-Schutz. Und es ging um Top-Schutz. Du hast was gesagt, was ich nicht wissen wollte. Nee, danke. Ich... Aber der hat mich umgebracht. Ich will nicht hier sein. Aber danke. Jetzt weiß ich, dass ich mir auch Sachen markieren kann. Aber guck. Super-Schutz ist nicht markiert. Okay. Never mind. Vielleicht geht's doch. Oh mein Gott! Es ist quasi eine Verknüpfung. Es ist nicht das Item, aber eine Verknüpfung. Ist auch nicht schlecht. Okay. Okay. Du hast vollkommen recht. Ich hab links probiert. Da war doch eine Sackgasse. Rechts probiert. Links. Runter. Und dann... Hab ich doch... Da war eine Sackgasse. Hallo, Salet. Danke für das Glück. Hier ging's doch nicht weiter. Vielleicht kann ich runterspringen. Warte, kann ich da runterspringen? Nee. Kann nicht sein. Kann ich erst probieren. Oh, hier geht's rein? Warte mal, hä? Hier war ich doch vorhin. Äh, das ist wieder da. Von der Professorin in der Elektrolythöhle bekommst du das Glücksei. Ah, cool. Hätte ich das schon vorher gesehen? Mann, hätte ich jetzt viele... viele Level. Das war so klar. Okay, aber das ist ja gar nicht der Text von wegen, dass es in der Stadt spielt. Bam, 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 Surfer. Mann, bist du tot? Wobei, Stahl. Mann, bist du verletzt? Tot. Ich dachte, Stahl ist resistent gegen... Oder halt... Gegen Feuer, Wasser, Blatt, Elektro. Aber anscheinend nicht gegen Wasser. AP Plus, sehr gut, sehr gut. Brauchen wir für die Top 4 später. So, und da in dem kleinen Hügelchen... Oh, Nugget. Hat sich das gelohnt? Ich bin eh rich, ey. Rich bin ich. Da ist keiner drin? Okay. Was hier unten? Nix. Sehr schlimmer als der Fels-Tunnel. Es hört nicht auf. Hier kann man geheilt werden. Okay, warte, besiege ich mal Doktore. Hat Warda noch irgendwas eingesetzt eigentlich, was ich wieder ignoriert habe und... Nee, oder? Nee. Warum ist es auf einmal mein MVP? Ich finde, das ist das Langweiligste von meinen Sex. Aber... Ist echt nicht schlecht. Ich mach gleich mal... Äh, Rockhaiman an erster Stelle mit dem Glücksei. Ey, Surfer ist so OP einfach. Somnivora, perfekt für den Rockhaiman. Oh, der Sound von Simnivora ist so cool. Somnivora. Dass es das überlebt. Oh nein. Jetzt verliere ich. Ich schlafe, also verliere ich. Ein stinknormaler... Okay, ist ein Arzt. Arzt, Ärzte dürfen Tränke haben. Trotzdem, ein stinknormaler NPC auf dem Weg. Hat einfach einen Hypertrank. Beschwörung schützt das gegnerische Team vor Volltreffern. Also mich? Bringt dir auch nix, aber... Hä? Ist komisch formuliert, oder? Achso, das redet quasi aus meiner Sicht. Also das... Das Gegner... Mein gegnerisches Team wird geschützt. Also ich dachte gerade, der Text basiert immer aus dem, der die Attacke macht. Aus dem Blickwinkel. Aber nein, die Attacke ist beschrieben aus meinem Blickwinkel. Das macht Sinn, ja. Dass ich keine Volltreffer machen kann. Mariko, hallo. Okay, jetzt gibt es auch noch zwei Wege. Labyrinth. Das ist nur ein Rückweg. Mariko, was wird es heute sein? Ich habe einen Tipp für dich. Du darfst raten, was es ist. Es hat einen besonderen Buchstaben im Namen. Es hat keinen Standardbuchstaben im Namen. Und es ist eines von den zwei Pokémon, die diesen Buchstaben haben können. Nur zwei Pokémon haben diesen Buchstaben. Sehr näher. Es ist jetzt nicht so ein besonderer Buchstabe. Aber ich wollte doch wechseln. Wäre das überhaupt ein Kampf? Ja. Porygon-Z. Guter Vorschlag. Aber auch das sind keine besonderen Buchstaben. Es ist ein ganz normaler Alphabet-Z. Typ 0. Okay, guter Guess. Nein. Reißlaus. Nein. Eins dabei in die Cognito. Okay. Nein. Das war jetzt eigentlich die Cognito. Nein. Warum kommen deine Livestreams nicht auf YouTube? Was meinst du? Mein Livestream ist gerade auf YouTube. Du schreibst doch hier. Meine Livestreams sind so auf YouTube. Leos Archiv. Geh auf Leos Archiv. Vibra war. Wie brav war. Was ist an Vibra war besonders? Wenn ich die Genies alle einmal in normal und einmal in der Tiergeistform mit Pokéball möchte, muss ich jedes Gen 5 Spiel einmal spielen, oder? Äh, ja. Hallo, Lex. Leute! Phonifras. Was ist los? Phonifras. Reißlaus war viel zu nah dran. Phonifras. Mariko, du bist ein... Phonifras. Warum ist Heppens eigentlich so gemein zu Lex? Hat sich da irgendeine Feindschaft begründet? Lex, du bist ein Wutpilz. Sie hat mich Schwein genannt? Ja, nachdem du sie beleidigt hattest doch. Das ist ja die ganz falsche Gen. Aber es ist ein Phonifras. Hallo? Es gibt nur zwei Pokémon mit scharfem S. Reißlaus und Phonifras. Und dann hat Kylerys schon wieder eine Pokéfusion gemacht. Let's go. Nope. 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 Verboten. Nope. 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 Wir hatten so ein süßes Relaxo vorhin. Und dann musstest du es umdrehen. Wir hatten das süßeste Relaxo, das jemals kreiert wurde. Und dann musstest du es umdrehen. Das fällt dir ein. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Nein, weg damit. Hallo Joker. Jasin, du kannst meine Videos alle später anschauen auf dem Kanal Leos Archiv. Da sind die auch. Da ist das Intro weggeschnitten, das Outro weggeschnitten. Musik weggeschnitten. Denn Livestreams kann ich nicht einfach so hochladen. Die werden sofort geclaimed und von YouTube gelöscht. Passiert jeden Tag. Und selbst wenn nicht, würde ich meinen Kanal nicht versauen wollen mit den Livestreams. Irgendwann werde ich zwar Runders wechseln. Irgendwann. Hey Mom. I sold my Mom. Hallo. Oder schaust du die Watts auf Twitch? Ich habe überlegt, die Watts auf Twitch auszumachen. Damit ich auch da keine Copyright Claims kriegen kann. Du hast eine Grippe. Gute Besserung, gute Besserung. Hättest du was an Ostern gemacht? Mach das nicht. Warum? Auf YouTube ist es so viel besser zum Anschauen. Twitch hat kein gutes Wot-Erlebnis. YouTube hat ein gutes Wot-Erlebnis. Shiny Arceus. Ich glaube dir kein Wort. Pick or didn't happen, little sheep. Du hast gerade eben angefangen und gesagt, hey, ich Shiny hante Arceus in Legends Arceus. Dann haben wir dir gesagt, dass es da Shiny lagt. Und dann hast du gesagt, oh, dann hante ich es in BDSP. Fünf Minuten später sagst du Shiny Arceus. Kann sein. Aber aus Erfahrung hier seit fünf Jahren Stream, glaube ich dir nicht. Aber das Schöne am heutigen Internet ist, dass du uns dein wunderschönes Shiny Arceus zeigen kannst. Durchtausch? Okay. Herzlichen Glückwunsch zu einem Shiny Arceus wo? Wo durchtausch? Was? In Purpur? Okay. Herzlichen Glückwunsch zu einem Shiny Arceus in Purpur. Man muss erst die Information aus der Nase rausziehen. Arceus hat den BDSP 1 zu 4000. Ab Gen 6 ist alles 1 zu 4000. Es gibt kein 1 zu 8000 mehr. Ich glaube, ich kam von unten, oder? Ich kam doch von unten. Hab den übersehen? Ne, ich kam von rechts. Stimmt. Hatte quasi Ostern durchgeplant sogar. Ersten freien Tage seit Weihnachten und dann natürlich krank. Kriegt man Urlaubstage zurück, wenn sie am Feiertag... Also, nee, ne? Das stinkt. I'm sorry, I sold my mom. I'm sorry. Ich glaube, hier geht's weiter. Hallo, Aking. Bin ich? Wieso sollte man hier sein wollen? Was ist das für eine Sackgasse? Sehr widerlich. Was ist das hier sehr widerlich hier? Okay. Bin verschämt. Bambule. Danke für das DNS-Glitch-Video. Gerne. Hat geklappt bei dir. Au, im Winter kann man da weiter. Okay, das ist cool. Dann ist das cool. So, jetzt kämpfen wir mit Rockheimern. Und dem Glücksei. Das wäre geil, wenn ich EP-Teile und Glücksei geben könnte. Das wäre krass. In Gen 10 zwei Items gleichzeitig tragen. Ich sag's euch. Das wäre... Das wäre... Wäre das nicht eine krasse Sache für VGC? ...die... ...zwei Items kombinieren können. Oder drei. Genau. Oder drei. Three-Body-Problem. So, wir sind fast eine Stadt weitergekommen. In... ...drei Stunden. Sharon hat auch eine kleine Identitätskrise. Will der kämpfen? Achso, der bleibt hier. Du bleibst in der Höhle einfach stehen. Er. Er hat eine Identitätskrise. Auch nicht so schlimm wie Hopp. Ist Legends ZR Gen 10 oder noch 9? 9. Oh, dein Rockarmon mag dich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest auch viel Zeit mit deinen Pokémon verbringen. Ach, übrigens, hast du schon von der Drachenstie gehört? Nö. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem rätseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Okay, so sehr interessiert es mich auch nicht. Bye. Willst du das Gag der Shiny sehen? Nein. Oh, ich glaube, ist das hier nicht die Stadt, in der ich den zweiten EP-Teiler finde? Was blubbert hier? Hier muss ich angeln. Ich habe noch keine Angeln. Achso, hier kommt Pokémon. Okay. Ihhh. Ich habe gerade in meine Smart und meine Rubin so einen Batterieclip reingelötet. Die sind mega praktisch. Ja, ne? Vor allem ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig. Also, ich habe es ja auch schon mal gemacht. Das ist nicht so schwierig, ne? Okay, wo geht es hier lang? Hier ist, glaube ich, EP-Teiler statt. Jetzt den zweiten EP-Teiler. Es gibt einen zweiten EP-Teiler hier, ja. Und zwar muss ich dafür... Ah, ich muss, glaube ich, 60 Pokémon... Ah, ne, ich muss ein Pokémon haben, das zwischen Level 30 und 50 ist. Und mit irgendjemandem reden. Ah, und du kannst die einfach austauschen, wenn die leer ist in 20 Jahren. Okay, das heißt, du hast quasi so ein Ding eingebaut, wo du dann die Batterie rein- und rausklippen kannst. Das ist gut, ja. Retro, du hast die Anleitung nicht genau gelesen. Du darfst nicht 006 schreiben. Kriegst die Punkte wieder. Aber das machen wir nochmal besser. Was ist hier für eine Hippie-Sache? Ob das wohl eine Eis-Arena ist? Hm. Eis. Ich kann Lichtle einsetzen, aber mein Lichtle ist noch nicht so gut. Drochenstiege. Nevajo City. Doch, das war das mit dem zweiten EP-Teiler. Wo ist das? Okay, das nächste Mal, wenn ich Batterien austausche, dann mache ich das auch. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Willkommen, willkommen. Beginnen wir so gleich mit unserem Quiz. Je mehr richtige Antworten, desto besser die Stimmung. Also dann, auf die Frage, fertig, los. Warte, was? Blab- Die heißt Blablabara. Blablabara und sie hat ein blaues Auge. Hier kommt auch schon die Frage. Welches Pokémon vor der Entwicklung ändert sein Aussehen je nach Jahreszeit? Auch nach der Entwicklung? Weißt du's? Ein Tipp, ein Tipp. Es kommt nicht aus dem Weltraum. Es ist nicht Deoxys. Das ist sehr hilfreich, danke. Bitte wähl dir den Text, den du einsetzen möchtest. Kann ich jetzt einfach Sesokids reinschreiben? Pokémon? Oh, hier, ja, Sesokids. Okay, warte, kann ich einfach? Nee. Okay, ich muss bei Pokémon hin. Warte, ich muss jetzt Sesokids hier auswählen? Dass die einem nicht mal Multiple-Choice geben. Krass. Nein, nein, nein. Was? Wenn ich zurückdrücke aus Versehen, dann sagt er... Der Zonk? Was ist ja South Park Game? Nee, es sieht so schlecht aus. Danke für den Paraheiter. Was kriege ich hier? Kriege ich irgendwas Cooles? Lohnt sich das? Das war ja so blöd gerade von mir. Nochmal, bitte. Sag nicht, das war's jetzt. Oh mein Gott. Was? Das kann man nur einmal machen. Vielleicht einmal in der Jahreszeit. Hä, ich hab mich verdrückt. Ich hab auf Zurück gedrückt, anstatt auf Okay. Wo ist der Mensch? Vielleicht war's der. Ich red mal mit jedem. Wieso muss der Blaubeer-Dex 243 Pokémon haben? Es nervt, dass ich für drei Pokémon eine Seite verschwenden muss. Dieser Dex wird in Popo gemacht. Was? Ich glaub, ich guck gleich nach, wo der... Ich glaube, es war die Stadt mit dem EP-Teiler. Ihr dürft übrigens gerne sagen, wenn ihr wisst, wo der EP-Teiler ist. Ihr müsst nicht nachgucken, aber wenn ihr es gerade wisst und sowieso schon zittert vor Wut, weil ich nicht weiß, wo er ist, könnt ihr es mir gerne sagen. Ich weiß aber gar nicht, ob sich zwei lohnen. Die EP teilen sich dann krass auf. Später ist hilfreich, wenn ich irgendein Pokémon leveln muss. In den Top 4, aber... Hier ist Route 8. Vom Mann im Pokémon-Fan-Club, nachdem man ihm ein Pokémon mit 25 neue... Genau. Pokémon-Fan-Club. Okay. Dankeschön. Wo ist der Pokémon-Fan-Club? Gleich da. Das muss er sein. Pokémon-Fan-Club. Das letzte Haus, natürlich. Starte doch dein Spiel neu. Hallo, du. Gestatte, dass ich mir dir eine Bescheidenheit... Pokémon-Club. Gleichsinngröße, Pokémon-Fan. Du bist doch auch ein Trainer. Möchtest du mir nicht zeigen, wie viel Zuneigung du investierst? Mhm, mhm. Welches Pokémon? Keiner. Wahrscheinlich hat die meiste Zuneigung meinen Serpi-Royal. E-P-Teiler. Zwei E-P-Teiler? Mhm. Lohnt sich das? Ich mein, nur Lichtl muss noch ordentlich leveln. Ja, ich mach Lichtl. Lichtl und Zappladin. Gott, jetzt krieg ich so wenig E-P wahrscheinlich. Aber dass das kämpft, kriegt immer noch die Hälfte, oder? Oder ist es jetzt durch drei? Ist es jetzt durch drei, oder werden die zwei E-P-Teiler geteilt? Wahrscheinlich werden die E-P-Teiler geteilt. Ich hab noch nie zwei E-P-Teiler gehabt. Okay, bin ich geheilt? Eis. Stein ist gut gegen Eis, Rockheim ist aber Boden. Kampf ist gut gegen Eis. Joa, das war's. Sonst Lichtl, aber Lichtl ist nicht stark genug. Dann gib mal das Glücks-Ei her. Meistergriff kriegt das Glücks-Ei. Boden auch? Eis ist gut gegen Boden. Boden ist nicht gut gegen Eis. Kann sein, ich bin schlecht und sowas. Aber ich hab mal eine Quizfrage verloren, weil ich nicht wusste, dass Eis gut gegen Boden ist. Lukas, dankeschön für deinen Prime. Come on, Daniel. Hab ich Daniel gesagt? Daniel, dankeschön für vier Monate. Hab ich das gesagt? Daniel. Daniel. Dankeschön für vier Monate. Lukas, dankeschön für deinen Prime. Tafelwasser, bitte. Wie findest du denn Rom-Hacks, wie zum Beispiel Radical Red? Cool, dass sie existieren. Für mich ist es nix. Aber irgendwann, wenn ich vielleicht nix mehr, keine eigenen Projekte mehr habe, können wir die Rom-Welt erkunden. Aber meistens wollen die Leute da nicht zugucken, weil die Leute dann sagen, das ist Englisch, das verstehe ich nicht. Hey, wie weit bist du schon? Ich bin in der Eis-Arena. Blue Cookie, dankeschön. Für 42 Monate. Das sieht aber nicht sehr rutschig hier aus. Dankeschön. Blue Cookie, dankeschön. Okay, das hier ist blöd, das ist blöd. Okay, wir müssen geradeaus. Oi, oi, oi. Schon wieder Pokéfusion. Sag mal. Jetzt hast du aber deine Zahl geändert. Hast du dir nochmal überlegt? Eine andere Zahl jetzt. Komm morgen wieder, hat er gesagt. Ja, lohnt sich zu lesen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Und grausam. Aber das ist cool. Aber warum hat Tragossos... Ich finde, sie hätten Tragossos gar nicht verändern müssen. Ich finde, es wäre einfach lustig, wenn Tragossos einen Icognito als Hammer benutzt. Ich finde, sie hätten den Tragossoschädel nicht mal verändern müssen. Das ist gut. Was passiert, wenn man Icognito und Icognito macht? Riesiger Schwarm wahrscheinlich. Ah ne, das hat mir glaube ich mal. Das sieht aus wie so ein Engel. Wie so ein... Hier, biblically correct alien... Äh, Engel. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich erinnere mich an nichts in dem Spiel. Ich bin in der Eis-Arena. Was, glaube ich, der siebte Orden aber schon ist. Wir haben vorhin Flug gemacht. Das war, glaube ich, sechs. Und jetzt kommen sieben. Ich glaube, in Schwarz gibt es acht. Oder gibt es hier mehr Orden? Es gibt manche Gents, die haben mehr Orden. Was mich irritiert, weil es sollten immer nur acht sein. Oder? Kick it. Ist für dich Tragossos ein Eichhörnchen? Für mich ist Tragossos ein... ein Baby-Dino. Ein... weiß nicht. Baby-T-Rex? Nee. Was ist das? Oh mein Gott, Meistergriff wird jetzt so leveln. Tragossos ist eine traurige Seele. Ja. Oh, Steinhagel. Steinhagel trifft aber nicht so gut, ne? Steinhagel schleudert riesige Felsen. Zurückschrecken. 90 Genauigkeit. Steinwurf. Auch nur 90 Genauigkeit. Ja, weg mit Steinwurf. Oh mein Gott. Andere Arena im zweiten Teil von Gen 5. Und 7. Frigometri. Wo findet in Schwert Barschwar? Du findet in Schwert Barschwar beim Angeln. Ich weiß nicht wo überall, aber du musst angeln für Barschwar und Barschwar ist ein 1% Encounter. Beim Labor auf der kleinen Insel. Route 9. The Legend of Tragosso, Tears of the Tragosso. The Legend of Knogga, Tears of the Tragosso. So. Von der alten Professorin. Das ist aber nicht Route 9, oder? Das ist Route 1 oder 2 oder so. Sie sind nicht wertlos, Verox. Man hat halt Spaß mit Spielen. Sie sind wertlos, weil sie nicht zum offiziellen Pokémon-Universum gehören. Wertloser Schmutz. Das wollte ich nicht. Manche Leute spielen halt Spiele zum Spaß. Nicht so wie wir, die irgendeinen Zwang darin entwickeln. Aber ja, mein Zwang sorgt dafür, dass ich quasi keine Zeit verbringen möchte mit Roms, weil sie für mich nichts bringen. Aber irgendwann, vielleicht. Barschwa gibt es an mehreren Stellen. Aber ich schätze mal, dass es da so auf Route 1 wahrscheinlich am leichtesten zu angeln ist. Okay, man muss auch mal eine Gestein-Attacke lernen. Wobei. Okay, man soll überhaupt mal eine geile Attacke lernen. So, testen wir einmal, ob Boden gut ist gegen Eis. Eis ist auf jeden Fall gut gegen Boden, weswegen ich hier gerade ein Problem habe. Zack, bumm. Okay. Lichtel, glaube ich, das müssen wir gar nicht probieren. Gott, ich habe echt keine Eis. Mein Meistergriff ist das einzig Gute gegen Eis. Lichtel, 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 Lichtel. Vielleicht geht es ja. Ist echt Eis gut gegen Boden? Ist beides gegeneinander effektiv? Ich finde aber die genauen Regeln für das Fusionsding nicht. Wo sind die? Wenn du draufklickst auf die Belohnung, steht da ein Text. Und den habe ich extra so verfasst, dass du verstehst, was du machen musst. Hat Phrygometrie Schwebe? Bist du dir sicher? Ey, nicht jedes Pokémon, das schwebt, hat Schwebe. Das muss man nicht auswendig wissen. Klick hat nicht Schwebe. Ähm, schnell, mach Surfer. Ich habe nachgeguckt. Ja, du hast nachgeguckt, aber ich nicht. Ich habe nachgeguckt. Magnetilo, glaube ich, hat Schwebe. Kann, glaube ich, Schwebe haben. Nicht Barsch, sondern Barschuft. Ach, du redest von Barschuft? Ich weiß nicht, wo man Barschuft findet. Aber auch im Barssee. Angeln, glaube ich. Ich glaube, Barschuft ist in der Wasser-Arena-Stadt. Und da kannst du angeln am Hafen. Ich glaube, da war Barschuft. Und auch das... Der Anker. Maruda. Rückenwind. Rückenwind macht mich sauschnell, ne? Passt schon. Ich brauche keinen Rückenwind. Ich brauche nur Surfer. Surfer und Sturzflug. Äh. Sturzflug. Gut weh. Surfer und Fliegen ist eigentlich genug für Swarones, oder? Vielleicht noch Borschnabel. War Borschnabel stark? Relativ. Wupp. Mein Gott, hier eine richtige Arena mit... Wie tief ist diese Arena? Was die für Geld ausgeben. Meine wertvollen Steuern werden hier benutzt, um... Vielleicht sind Arenen in der Pokémon-Welt wie die Kirche. Und... Und dann... Und dann... Quasi zahlen wir alle so... Selbst die Leute, die nicht an... Pokémon-Kämpfe glauben, müssen Steuern zahlen, damit die Arenen ihre krassen... Rätsel bauen können. Und dann sind regelmäßig so Proteste vor Arenen. Ich hätte mich heilen gehen sollen. Oh mein Gott. Warum ist Petsing schneller als ein Seppi-Royal? Oh mein Gott. Leo spielt Pokémon-Spiele so extrem, dass er einfach statt 8 Arenen aus Versehen 9 Arenen macht. Es gibt hier nur 8, oder? Also ich mache auch 9. Das ist ein gutes Level. Ich finde, man sollte sowieso Arenen immer wieder bekämpfen können. Für XP. Wäre nur logisch, zu sagen, yo, lass nochmal. Lass nochmal richtig abgehen. Mein Licht lebt nicht mehr, nur deswegen bin ich hier. Ich muss hier raus. Moment mal, ich habe ja Schaufler. Kommt man mit Schauflern nicht aus Arenen raus? Nein. Nur Höhlen. Teleport wird aber funktionieren. Aber ich muss doch... Was ist da oben? So ein Item? Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Fluchtzeile würde wahrscheinlich auch gehen. Aber Fluchtzeile geht auch nicht immer. Das finde ich auch... Bei Fluchtzeile, glaube ich, geht auch nur in Höhlen. Ich glaube, Fluchtzeile ist einfach exakt das gleiche wie Schaufler. Aber Teleport kann überall, glaube ich, funktionieren. Außer in Häusern, glaube ich. Jetzt denkst du, wie lange du noch für dieses Projekt brauchst. Du meinst, bis ich alles fertig habe? Genau genommen werde ich nicht fertig, bis nicht Legends Z.A. rauskommt. Wegen den Quafferformen. Aber wenn wir das außen vor lassen, dann werde ich dieses Jahr auf jeden Fall fertig. Aber es könnte knapp werden, je nachdem, was halt noch so Pokémon dieses Jahr vielleicht rausbringt und ich Videos mache. Aber wenn ich das jetzt durchziehen würde, dann würde ich wahrscheinlich in zwei Monaten fertig sein. Aber da ich halt noch mehr außenrum mache, Shiny Hunts und anderen Content, werde ich sicher das ganze Jahr dafür brauchen. Du bist erst seit Gen 7 dabei und selbst das hast du nicht durchgespielt. Aber dann jetzt Schwert und Schild, komm. Schild und Schild wird das Erste, das du vollendest. Und dann wirst du Shiny Hunten und wirst für immer in den Sog des Shiny Huntens gezogen. Natürlich hat sich alles an der Arena wieder zurückgesetzt. Aber ich glaube, es muss sich sogar zurücksetzen, damit ich da wieder hinkomme. Yippie. Oh je, oh je, oh nein. Es ist soweit. Ihr werdet jetzt fluchen. Was tust du? Warum siehst du den Weg nicht vor dir? Zack, 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 zack. Warte, zack. Sorry, bin zwölf. Tritslap dreistchen. Ah, Kaldrix sagt da was richtiges. Dino. Dino, Dino, Dino. Ich glaube. Ich glaube, Dino. Und jetzt hör mir ganz genau zu. Ich glaube, du hast dich gerade verschrieben. Du wolltest nicht zwölf schreiben, sondern du wolltest gar nicht dein Alter schreiben, weil davon hast du nichts Positives, sondern nur Negatives. Deswegen solltest du, glaube ich, jetzt sagen, oh, Mist. Ich glaube, ich habe mich verschrieben. Ich bin tatsächlich 23. Ich glaube nämlich nicht, dass du zwölf bist. Das kann nicht sein. Das wäre fatal. Hat mich verschrieben, bin 13. Du bist seit langem ein sehr intelligenter zwölfjähriger. 13-Jähriger. Sehr gut. Hey, Pontinus. Pontinus. Das macht es nicht besser? Doch, zwischendurch ist ab 13. Ich kann das alles nicht mehr. Warum? Das sage ich jedes Mal. Aber das Lustige ist, die meisten jungen Leute sagen dann, nein, ich bin wirklich zwölf. Und dann musst du halt. Also dann. Wie lange streamst du noch? Weiß nicht. Eine Stunde? Zwei Stunden? Vielleicht gehe ich nie wieder offline. Oh, Gelatropo. Das erste Gelatropo. Das ist soweit. Und? Und was? Möchtest du verraten, was die beiden Programme in deiner Taskliste sind zwischen Thunderbird und Spotify? Warum siehst du das? Hast du dich auf meinen PC geschalten? Leute, ich muss offline gehen. Ich muss einen kompletten Wipe machen. Ich muss meinen PC in die Mikrowelle stecken, die ich nicht habe. Ich kaufe mir extra eine Mikrowelle, die so groß ist wie ein Mensch, um meinen PC reinzustecken. Leute, wir wurden infiltriert. Infiltriert. Leo, wie alt bist du? Es ist wieder soweit, Leute. Es ist wieder soweit. Wir sind bei den Fragen angekommen. Ich bin alt genug, um zu wissen, was ist jetzt dein... Was war die Frage? Zwischen Thunderbird und Spotify? Das ist mein Passwortmanager. Du Creep. Warum? Das ist mein Passwortmanager. Warum? Es gibt um einige interessantere Programme in dieser Taskliste als der Passwortmanager. Ich bin mindestens 13. Ja. So, wir gehen hier hin. Was falsch war. Ah, es war so falsch. Warte, ich kann zurück. Hier hin, da hin, da hin. Da hin, da hin, da hin. Dann gehen wir ab. Und dann können wir da hoch. Dann macht's Klick. Und dann gehen wir da hin, da hin. Und schwuppdiwupp sind wir da. Wippie. Das hört ja gar nicht auf. Krass. Welcher Tag ist heute? Freitag. Passwortmanager? Keypass? Nope. Ich sag dir nicht, wie der heißt. Das ist ein Geheimnis. Ich wollte es nur wissen, weil ich heute noch was mit meiner Familie mache. Das ist auf jeden Fall wichtiger. Mach was mit deiner Familie. Shiny Seedrecking sieht nicht bescheiden aus. Wenn du beschissen meinst. Weil bescheiden sieht's tatsächlich aus. Aber es sieht nicht beschissen aus. Es gibt schlimmere Shinies als Shiny Seedrecking. Solvike. Ey, der hat doch bestimmt ein Gela... Wie heißt denn das dann? Gela Tripo? Gela... 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 Nee, ist was anderes. Der hat doch bestimmt so dieses... Ah, nee. Twino. Gela Twino heißt es. Wegen Twin. Ja, Twino. Ja. Ich finde, ich denke mal 1, 2, 3. Aber das zweite ist ja ein normales Eis. Ich frage mich, warum sie nicht 1, 2, 3 gemacht haben. Ja, es hat halt Capuno schon. Dein Password Manager ist dein Gehirn. Krankes Gehirn, wenn du 16-stellige Zahlen für 30 verschiedene Webseiten dir auswendig merken kannst. Ich meine, es gibt Leute. Nee, ich habe auch lange so drei verschiedene benutzt, hier und da und sowas, aber es ist so viel einfacher und so viel sicherer. Ähm... Ah! So, ich bin nicht wirklich erschrocken. Ich bin nicht wirklich erschrocken, weil ich habe gerade, keine Ahnung, so geguckt, wo der Weg unten hinführt und dann gucke ich... Weil ich sehe genau das, was ihr seht. Ich sehe nicht nur das Spiel, ich sehe das, was ihr seht. Äh, um zu sehen, was ihr seht. Deswegen, ich habe gerade runtergeguckt, ob da ein Weg ist, der vielleicht da hinführt und ich gucke da runter, warum kommt diese Puppe da hoch? Aber ich bin nicht erschrocken. Ähm... What? Macht aber keinen Sinn, oder? Oh! Ist ja crazy. Ist das ein Item oder ist das der Weg zurück? Ich habe Angst, dass das der Weg zurück ist. Hallo, Frankie! Jo, denk an meine Fusion. Ja, erst später, so um 20.30 Uhr. Ich finde deine Streams super, weil sie mich immer unterhalten. Dankeschön! Guck auf Twitch zu. Da ist es die bessere Website dafür. Und das ist widerlich, Verox. Was hast du getan? Warum? 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 Warum ist mein Meistergriff tot? Why not? Weil du eine... Auf Englisch klingt es besser. Abomination erschaffen hast. Ihhh. Ein Knutsch-A. Gott, ich bin so tot. Ist das Eis. Mist. Tot. Das heißt, ich hätte Schaufler machen sollen? Oder hat der Gellertropo auch Schwebel? Krass, ey. Wie schlecht. Ich dachte, Eis ist so schlecht. Warum macht Eis mich gerade so fertig? Lichtl, das ist deine Chance. Du hast Victini gefangen nach 125 Bokebellen? Ich dachte, Victini ist vielleicht so wie Shaman. Aber so ein Catchrate von 100%. 99, 80% oder so. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm Feuer. Ja. Nice. Kannst du jetzt einfach gut merken deine Passwörter? Das ist geil. Dann sparst du dir ein bisschen Geld für den Passwortmanager. Komm, Lichtl, Lichtl, das ist dein Moment. Time to shine. Vor allem, wenn der Gegner dumm ist. Komm. Ja, oh nein. Das kann doch nicht sein, das ist ein. Aber, Gen 5 hat sehr viel von Platin gelernt. Die KP-Balken gehen so schnell runter. Hä? Warum stirbt es nicht? Was hat das für ein Item? Hä? Das ist bei... Hä? Warum? Was ist passiert? Hast du Schutzschild gemacht? Nein, ich habe angegriffen. Warum lebt es noch? Ausdauer? Echt? Aber Ausdauer macht so einen Unterschied. Ausdauer? Ich dachte, Ausdauer ist voller Schrott. Ist Ausdauer fast so wie Schutzschild dann? Eis ist eigentlich ein recht cooler Typ. Ich mag Eis, Pokémon an sich, aber die Regeln halt nicht wirklich. Rex Blizzar ist super. Ja, es gibt schon geile. Vor allem vom Aussehen her gibt es echt richtig coole Eis-Pokémon. Whippa. Ähm. So, 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 so. Whippa. Das muss ich alles nochmal machen, weil meine Pokémon sind tot. Der sieht aus wie der von Avatar. Okay, ich heile, weil ich habe keinen Bock. Ähm. Ich glaube, Rockheimern werde ich sowieso nicht einsetzen. Das spare ich mir. 9,50 auf 120, ja. So, was ist denn heute mit der Pokéfusion? Ich fühle mich ja geehrt, dass ihr eure wohlverdienten Punkte einfach so ausgeben wollt. Aber ihr wisst, ihr könnt auf Pokéfusion die einfach alle anschauen, die ihr wollt. Aber okay. 193 und 69. Knopfenser ist also 69. Warum wundert mich das? Ja. Ist halt, ne? Ist halt. Ist halt. Ist halt. Wo geht das? Auf Pokéfusion.com? Keine Ahnung. Ja, ne? Ein Jan Kno Knonmar. Knonmar. Ja. Maxini ist auf Level 15. Ja, Level haben kaum Einfluss auf auf ein Pokémon auf die Catchrate. Das ist immer das ist egal. Also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich glaube, hier in Gen 5 ist es quasi auch egal. Okay, schauen wir mal. First Try. Ice. Arena Nummer 7. Soll ich einfach die Passwörter aufschreiben? Dann hast du die ganze Zeit einen Zettel dabei, wo deine Passwörter draufstehen? Ich hätte Aether noch benutzen sollen. Ich glaube, 10 Fuß Kicke reichen. Wer soll mal eine stärkere Kampfattacke lernen? Der Meistergriff. War es eigentlich blöd, schon so früh Meistergriff draus zu machen? Der lernt jetzt die Attacken voll spät wahrscheinlich dadurch. Hm. Also, Anubis. Ich bin erschrocken. Dankeschön für die 100 Bits. Aber ich bin nicht erschrocken. Dankeschön für 100 Bits. Warum enden die alle auf 1 KP? Ach ja, damit sie Hübertrank machen können. Jetzt kommt der Volltreffer. Ja, so reichen mir keine AP. Spiegelsalbe. War das schlimm? Nee. Das ist die siebte Arena. Also, die sollte was können, die Arena. Und die sind stärker als mein Meistergriff, sehe ich gerade. Oh lala. Oh. 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 Krass, Lichtl erhält mehr EP, weil es noch ein schwächeres Level hat. Ja, ja, ja. Krass. Sibirio. Ich glaube, Sibirio macht mich fertig. Meistergriff lernt die Attacken exakt gleich. Okay. Liegt das dann der Tauschentwicklung? Ist das immer so bei Tauschentwicklungen? Weil normalerweise lernen doch Entwicklungen die Attacken immer später. als Kind dachte ich immer, dass ich bessere Chancen habe, dass Mon drin bleibt, wenn ich ein höheres Level habe. Es ist auch gar kein so dummer Gedanke. Ich glaube, in den neueren Spielen, so Gen 8 und Gen 9, ist es tatsächlich so. Weil bei den Calculatoren muss man immer eingeben, was das eigene Pokémon für ein Level hat. Warum hat Fußgick nicht funktioniert? Ich hätte Energiefokus von Anfang an machen sollen, nicht Trottel. Sibirio ist so schnell. Du bist doch ein langsamer Bär. Ja, cool. Das Beste ist wahrscheinlich Swarones, weil es schnell ist und stark ist. Sibirio ist instant weg. Zablardin ist halt naja, Licht wäre halt das Beste, aber das überlebt halt nicht lang. Wir machen jetzt aber, wir surfen durch. Oder fliegen wir durch? Ne, wir surfen. Maury hat Shiny Cobalium. Ey, gestern, gestern Shiny Viridium, heute Shiny Cobalium. Sag, was ist denn mit euch los? Als, als, ich such, ich such seit Monaten. Entei und Deoxys und Maury ein Tag, zweiter Tag, geil, Maury. Jetzt musst du Terrakium machen. Es tut mir leid. Und Asteraroth auch, denkt sich auch, wo ist mein Arceus? Natürlich bin ich verwirrt, natürlich. Und oh mein Gott, tut mir das weh. Oh mein Gott, das ist so dauer. Ein Surfer noch. Nein. Wir müssen wiederkommen. Ich glaube, wir müssen wiederkommen. Als ob Lichtl eine Chance hätte. Zablardin. Hat ja auch schon drei Stunden gedauert, wurde mal Zeit. Ja, die, die harte drei Stunden Shiny-Hugst. Donnerwelle. Donnerwelle hat vielleicht der danach Lichtl Chance. Donnerwelle. Du kannst alles in Gen 5 Shiny hunten. Außer die, außer die, außer Victini, Zekrom und Reshiram. Mehr! Nein! Okay, 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 okay. Kann es sein, dass Lichtl keine einzige Attacke gelernt hat, seitdem ich es habe? Ich glaube. Es läuft, es läuft, Lichtl. Oh nein. Oh nein. Es war so gut, es wäre so viel EP gewesen. Mehr. Volltreffer, komm, Volltreffer. Nein! Nein! Für dumme Verwirrungen. Lake, das ist, das ist Tschüss. Potenta ist ein lustiger Schreibfehler. Potenta. Franka Potenta. So, Serpiroial. Ich brauche Glück, dass Sibirio dumm ist. Serpiroial braucht mal eine gute Nicht-Pflanzen-Attacke. Weil Slam ist einfach eine Frechheit. Ich muss Slammen. Nice. Oh Gott, so schwach. Mist. Nice. Es wird herausgezögert, aber das ist eh nicht sein letztes, oder? Ne, die Musik ist noch gleich. Vielleicht hat er danach ein Branabars. Dann gewinne ich. Ich bin jetzt verwirrt. Nice. Volltreffer. Oh! Das war noch nicht mal ein Volltreffer. Okay, Grasmixer. Ich habe Sibirio besiegt, geil. Okay, was kommt jetzt? Es muss, es muss Gelatino sein, und dann bin ich weg. Frigometri. Ist das das letzte? Nee, oder? Doch. Okay. Ja, keine Chance. Es macht eine Eisattacke und ich bin weg. Paralyse hat mir halt geholfen. Egelsamen, das bringt alles nix. Slam-Volltreffer. Vielleicht. Oh, ich bin schneller. Oh! What? Es war noch nicht mal ein Volltreffer? Hä? Was? Warum ist Frigometri so so schwach? Was? Frigometri hat eine schreckliche physische Verteidigung, oder? Hä? Ich habe einen normalen Slam gemacht, der zu 75% nur trifft und der haut es auch noch komplett weg. Easy win. Einfach. Ein Braner war jetzt aber nicht für den Typ Eis. Das war der Joke. Okay, okay, okay. Eisodem. Eis ist Odem. Boah, ich sage immer Eisodem. Was heißt Eis ist Odem? Oh, Eis ist Odem macht Volltreffer. Njum. ist tatsächlich der Weg zurück. Das heißt, wenn man vorhin den Weg runter nimmt, wenn man denkt, da ist irgendwas, dann ist man wieder am Anfang. Underground Barbie, du bist ein A-Self, oder? Das ist glaube ich A-Self. Und ja, ich mache gleich die Pokefusion. Turbos, zeige ich doch. Zeige ich doch. Ähm, Oxy. Das Finstertrio? Wir wollten dies eigentlich nur Leo mitteilen, aber sei's drum. Unser Meister Jesus will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort von Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Wie, und dann fühlt sich Sandro angesprochen? Das war für mich die Nachricht. Das war meine Nachricht. Der hat einfach meinen Brief aufgemacht. Turbos? Messbrit. Wenn ich bin ich mal live dabei und sehe dann nicht nur das einstimmige Video am Ende. Toki. Dankeschön fürs Dasein. Auf Twitch bin ich immer da, aber jetzt während Gen 5 bin ich auch hier auf YouTube live. Gleichzeitig. Aber Twitch ist das bessere Erlebnis. Ich kaufe Sachen. Wie viele Pokébell habe ich? Steht es hier? 45. Da wieder was. Ich habe so viel Geld. Damit zeigst du Zuschauer als Pokémon. Was sind das für Zettel? Das ist eine von den Sachen, die du nur auf Twitch machen kannst. Wenn du auf Twitch zuguckst, sammelst du Punkte mit den Top Kumpel. Du sammelst auf Twitch Punkte durchs Zuschauen und mit den Punkten kannst du Sachen einlösen, wie zum Beispiel, dass ich einen Zettel für dich habe, wo drauf steht, was du heute bist. Oder auch, du kannst das hier einsetzen, was jemand eingesetzt hat. was hast du uns zusammen gefused. Was waren die Zahlen? Irgendwas mit 150, ne? 132 und 150, also Mewtwo und Ditto. Ein slimy Mewtwo. Nice. Das Auge hätten sie, ich finde das Auge hätte einfach, dieser eine Punkt hätte weg, einfach weg. Ähm, es ist halt ein Mewtwo, was gerade zerfließt. Ich schmelze. Ich schmelze. So, wollen wir mal wieder updaten, was ich gefangen habe. Ich habe aber nicht viel gefangen heute. Ich glaube, ich habe nur Frigometri gefangen. Wo ist Frigometri? Ja, Frigometri. Und X hat sich entwickelt. Ich habe sonst nichts gefangen, oder? Nee. Cool. Müssen wir zur Drachenstiege? Meistergriff. Ich will kommen. Kommt der jetzt Drachen? Es kann doch nicht sein, dass da jetzt Drachen kommen. Was ist das andere Mewtwo? Ditto. Ditto. Zappladin entwickelt sich bald. Lichtel nicht. Ich könnte mit Zappladin versuchen zu kämpfen und Zappladin das Glücksei geben, das Meistergriff hat. Und Lichtel wird weiter ge-ep-teilt. Ein ep-teil erreicht. Okay, gehen wir mal da hoch. Ey, du Leo. Du findest dann Shiny Hoothoot nicht mehr? Wie, meinst du, so in der Wildnis? Dass es in Karmazin weggelaufen ist oder so? Deswegen immer vor Shinies speichern, wenn ihr eins seht, speichern. Oder meinst du in der Box? Warum kann eigentlich nicht die Professorin weiter einfach hier unsere Professorin sein? Warum muss dauernd ihr Vater da sein? Warum kann das nicht die Professorin sein? Warum muss schon wieder die Professorin von einem Mann hier ersetzt werden? Warum kann es nicht einfach unsere Professorin Esche sein, die das alles uns sagt? Warum mussten sie dann noch so einen Typen hier reinfügen? Was ist denn Spezialität? Medizin? Okay. Was muss man tun damit du jemanden als Pokémon bezeichnest? Auf Twitch zuschauen und die Kanalbelohnung einlösen. Okay, hier sieht's cool aus. Das ist cool. Gibt's hier Pokémon? Hilfe? Spezialität ist ein fancy Hyperheiler. Okay. Quasi sowas wie Vitalkraut oder Tafelwasser. Aber nur andere Name. Warum hier Pokémon? Natürlich. Alle drei Schritte wahrscheinlich. Oh, ich hätte Schutz kaufen sollen. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Golbit. Hat Golbit eine versteckte Fähigkeit? Zeit. Nö. Also, nö. Also, ne. Genau, nö. Oder? Nö, ist nicht da. nö. Wir dürfen es fangen. Aber das ist Boden. Schlechter Moment. Äh. Zabladin, irgendwann, irgendwann wirst du aufgelevelt. Sieht aus wie getrocknete Knete. Ein Golbit? Unverschämt. Es sieht großartig aus. Wobei, Knirscher... Ja, das knirscher ist zu gut, das weiß ich doch. Schildos ist die versteckte Fähigkeit. Okay. Die gibt es aber in schwarz und weiß nicht für Golbit. Spielst du auf deinem Computer? Nope. Hier ist mein DS. So, wie lange werde ich es aushalten, bevor ich den Schutz anmachen will? Ich weiß, dass Golbit Geist ist. Deswegen war Knirscher doof. Ich weiß. Na hier, so. Als ob auf diesen kleinen Steinen da Pokémon jetzt sind. Nächste Chance. Können die männlich sein? Ne, die sind komplett neutral. Level 30. Kein Mann, Lichtl. Komm, Lichtl, du, du, machst was, du. Intensität? Du kannst Intensität auf Level 30? Cool. Voll weg. Lichtl einfach weg. Sieht so aus, als würdest du auf deinem Computer spielen. Tu ich aber nicht. Wie du siehst, hier, da, hier. Ähm, ich kann halt nichts machen. Steinhageln. glaube ich nicht, er hat den 2D erst mit CGI-Effekten eingefickt. Wenn, dann ist er auf meinem 3DS einfach Greenscreen und dann, äh, und dann jedes Mal, wie ich ihn hochhebe, wird automatisch das projiziert an der Stelle. Das wird sogar gehen, glaube ich. Ich glaube, das würde ich sogar hinkriegen. Bro, deine Meinung zum Pokémon-Livestreamer Zack. Nein, nicht Zack. Der heißt nicht Zack, der heißt Zack. Leute, wenn ihr glaubt, der heißt Zack, dann könnt ihr nicht Englisch, der heißt Zack My Cock. Der berühmter Pokémon-Streamer, wir kennen ihn alle. Zack My Cock. Und R. Auf Wiedersehen. Warte, hier kriege ich das Item. Geld. Kann man Losadin in einem anderen Switch-Spiel außer Schwert fangen? Nein. Also in Ultra-Mond und Ultra-Sonne natürlich. Also in Sonne-Mond in Gen 7, aber nein, oder? Lusadin existiert nicht in Kapu. Das ist Zappladin. Lusadin existiert nicht da. Wischiwaschi. Wann denkst du habe ich Shiny Arcus? In drei Jahren. Wenn du jeden Tag 30 Stunden spielst. Können Pokémon in der Transferbox verbacken, wenn man diese nicht leert und Mons aus mehreren Spielen in Bank überträgt? Kann man nicht erklären, wo das Hut-Hut hin ist. Können Pokémon in der Transferbox verbacken, wenn man diese nicht leert und Mons aus mehreren Spielen in Bank überträgt? Eigentlich sollte das nicht sein. Du meinst Pokémon Bank und dann gibt es die Transferbox. Aber die Transferbox ist... Warte mal, für was brauchst du die Transferbox? Zwischen Pokémon Mover und Bank gibt es eine Transferbox. Die muss geleert werden, bevor du Pokémon Mover nochmal benutzen kannst. Und zwischen Pokémon Bank Ne, da gibt es keine. Und zwischen Pokémon Go und Home gibt es eine Transferbox, die du leeren musst, bevor du wieder Pokémon Go versuchst zu übertragen. Aber... Genau. In Mover. Aber eigentlich sollte der Mover sagen, du musst zuerst die Pokémon in Bank verschieben, damit du nochmal Mover benutzen kannst. Ich meine, es kann immer alles verbaggen, irgendwo, ich glaube aber nicht, dass das so einfach geht. Hallo Loflu. Dann hante doch die Galarvögel Shiny Maori. Los, los, los. Ich jetzt instinktiv sofort richtig gegangen. Das ist ein Item. Ich brauche das Item. Drachenhaut. Drachenhaut. Leuchtstein? Ich brauche den Finsterstein. Scheraffi, danke Dankeschön für deinen allerersten Sub. Ich finde es komisch, dass es schwarz und weiß, die Türen alle super breit sind, aber man kann nur genau in der Mitte durchgehen. Oh mein Gott, was ist hier los? Sub Ladin an erster Stelle. Ja, das muss mal rocken jetzt. Aber Lichtel ist tot. Warte, ich belebe kurz Lichtel wieder, dass das XP kriegt. Kann man die Galarvögel Shiny hanten? Nein. Ich wollte Maury voll krass aber ich weiß, dass Maury das weiß. Ich lebe. Ich habe so meinen Dornpfann aus Kristall verloren. Ernsthaft? Dass es irgendwo auf Bank weg war auf einmal? Kann doch nicht sein. Verklagen. Müssen wir dagegen vorgehen. Wie weit bist du schon? Wir sind in der Drachenstiegel. Ich habe sieben Arenen. Und ja. Ich habe für einen Shiny Gackerboy in Oras fast den gesamten Februar resettet. In Oras Starter resetten. Ist ein Resetter lang? Nee, oder? Stellst dich vor die Tasche? Resettest. Krass. Aber du hast es jetzt. Sagt Sagt man nicht Verox? Das sind blöd Männer. Wenn jemand Schimpf Wörter sagt, dann bin ich das. Was hier los? 40 Sekunden pro Reset. Was soll Zabladin tun? Den Strahlladen. Volltreffer. Super Zahn. Ey, diese Guck mal das. Was brauchst du einen Dunkelstein um Skellabra zu bekommen? Noch noch zwei Level und den Finsterstein. Dann müssen wir auf jeden Fall Shadowball lernen. Was heißt Shadowball nochmal? Spuckball? Oder wie wir als Kinder dachten, Spuckball? Was ist mit denen hier? Die wollen nicht. Spuckball, was kann Skilabra noch? Geile Feuerattacke, Hitzekoller kann der, glaube ich. Hitzekoller, wenn es es hier schon gab. 4.000 Euro? Die spuck ich. Ah, Cleopada killt mich doch jetzt, oder? Oh, erste Chance. Kann es Flammenwurf, glaubst du? Das wäre gut. Wer hat nochmal, ne, Glücks, äh, da, 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 Lichtl? Hallo, Felix Meier, der Wahre, der Echte. Hab viermal hintereinander, dass Giratina nicht besiegen können im Dünernest? War Giratina schwer? Ich hab, glaube ich, nie Giratina gemacht, im Dünernest dann. Feuersturm auch? Ja, Feuersturm, Spukball, äh, vielleicht Ehrlicht noch. Flammenwurf per TM, okay. Hitzewelle, leider nur Zucht. Hitze-Koller. Ich trainiere jetzt Zabladin. Lichtl kriegt die Hälfte. Ähm, ich will heute noch ein Skellabra haben. Hallo, Thomas. ist egal, das ist das schwerste für Dünernester. Die Düner, Dünerneste. Dünerneste? Neste? Nest? Neste. Lurad von Nest, Neste. Ugh. Dünernestle. Wenn man Later-Nektobus Level 69 trainiert, auch Hitze-Koller und dann entwickelt. Puh. Passt schon. Feuersturm ist okay. Ich liebe es, wenn du uns mit Pokémon-Content verwöhnst. Oh, Jemine. Oh, ich verwöhne euch. Mann, verwöhne ich euch. Nester. Nester klingt komisch. Dünernester. Gibt es nicht eine Krankheit, die irgendwie Nesseln heißt? Nesseln? 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 So, ich glaube, mein Zappladin ist jetzt 38. 37. Immer noch 37. Warum hat es kaum was gekriegt? Wegen EP-Teiler und nicht als einziges gekämpft wahrscheinlich. Hm. Hm. Spukbar hat der Nektor auf 53. Skilabra lernt keine Attacken nach Entwicklung in Gen 5. Ernsthaft? Oh, nö. Ernst? Ist das... Tut mir leid, ich überprüfe das jetzt. Weil natürlich hätte ich es sofort zu Skilabra gemacht. Das wäre ja... Habe ich denn auch das Problem mit Meistergriff? Ne, das hat vorhin jemand gemeint. Meistergriff lernt alle ganz normal. Was ist denn das Problem von Skilabra? Skilabra Gen 5. Durch TM. Durch Levelaufstieg. Er lernt halt wirklich nix. Boah. Wie asozial. Ich muss Later Nektor trainieren bis Level 64 für Memento Mori. Warte mal. Gen 9. Gen 5. Ja, 53 Spukball 69 Hitzekoller. Oh. Was? Was? Und es lernt noch nicht mal gute Sachen davor. Memento Mori brauche ich nicht. Bürde habe ich schon. Ich brauche nur Spukball und Hitzekoller und das ist Level 69. Was ist denn das? Warum lernt Skilabra keine Attacken mehr? Wie unfair. Ja, ich werde für die Top 4 sicher alle auf Level 70 bringen müssen. Ja, ich werde für die Top 4 ist es so, dass echt Stein, aber zum Beispiel Flamara lernt bestimmt Feuerattacken, wenn es ein Flamara ist. Also bei Eboli kann es nicht so sein, aber ist es echt eine Regel, dass Gesteinsentwicklungen keine Attacken mehr lernen? Dann... Es kann nicht sein. Nicht alle bestimmt. Aber ja, ist eine miese Regel. Achso, es geht wieder nicht. Hör auf. PC? Nein, das Spiel ist grafisch schlecht. Du meinst, es kann nicht PC sein? Weil... man jeden einzelnen Pixel sieht? Korrekt. Bei... Gen 6 wahrscheinlich schon spiele ich eine ROM, damit das Spiel hochskaliert wird. Ich habe es mir auch überlegt, euch jetzt bei Gen 5 auf eine ROM auf dem Emulator wechseln. Aber bleiben wir dabei. Aber Gen 6 und Gen 7 kann man definitiv schöner aussehen lassen als hier 480p oder 320. Spuckball-TM im alten Palast und Flammenwurf-TM im Schrein der Ernte. Feuersturm-TM in Nevajo City. Okay. Okay. Du hast gerade 3 Stunden Stardew Valley gespielt. Zum ersten Mal? Oder... Bist du schon Stardew Valley Veteran? Okay, jetzt ist Zabladin 38. Noch ein Level, oder? Ich heile mal Zabladin, aber das wird hier nichts besiegen können. Okay, ich mache es anders. Ich gebe Zabladin den EP-Teiler. Erlichtel werde ich ja jetzt nicht entwickeln. Und mit wem kämpfen wir jetzt weiter? Meistergriff. Meistergriff kriegt das Glücksei. kann man eine ROM spielen mit einem Emulator. Das Problem ist nicht der Emulator, das Problem ist die ROM. Veteran bin ich nicht. Ich habe es schon mal gespielt, aber ich bin nie über das erste Jahr hinausgekommen. Nach dem Update vor kurzem dachte ich mir ich fange mal wieder an. Viele Leute finden das Update anscheinend richtig geil, weil sauviele spielen jetzt wieder. Ich habe immer auf der Playstation gespielt, da gab es nie wirklich Updates. Zählen ROM-Monsterdime Origin-Decks? Nein. Also nicht so wie du meinst. Ich würde ja mein Spiel nehmen und auf dem PC spielen. Lasst uns nicht von ROMs reden. Ich hätte gar nicht darüber reden sollen. Was ist dein Lieblings Paldea Starter? Keins, alle hässlich. Zurück Keks. Ist dein BDSP Playthrough mit Mods oder ist Dialga immer so groß? Das ist BDSP gemoddet auf True Size. Das heißt, die Pokémon haben ihre wahre Größe gekriegt. Du hättest mal Vylord sehen sollen. Rockhaiman. Wer macht echt Rockhaiman? Seperyal muss man Level 40 werden. Viele finden anscheinend Black and White grafisch am schlechtesten. Ich finde sie eigentlich ähm ich mag nicht, Gen 6 und Gen 7 so dieses 3D versuchen. Vor allem Gen 7, aber Gen 6 auch schon. Ich finde diese Auflösung, die ein DS hat, da kannst du keine großen Kamera Fahrten machen, wie die da gemacht haben, weil jeden einzelnen Pixel jede Linie siehst, wie sie sich verschiebt und alles. Und wenigstens haben sie in Gen 5 noch nicht so mit dem 3D krass rum gemacht, außer so auf der Brücke oder sowas. Und in Kämpfen finde ich sieht es eigentlich echt alles cool aus. Aber ja, es ist halt ein bisschen hochskaliert. Auf dem DS sieht es nicht so krass verpixelt aus, aber ich weiß, was Pixel Grafik und Gen 6 und 7 haben dann so langsam damit aufgehört und dann kannst du halt Pixel Auflösung nicht mehr rechtfertigen. Deswegen finde ich 7 ist vor allem sehr schlimm. Oh Gott. Es geht hier ab. Bis am Koffer packen. Iva, wo geht's hin? Was ist dein Lieblings Gen? 3 Nicht nur wegen Items, oder geht's dir auch einen Ausweg? Ah ja, ich muss hoch. Hier kommen keine Pokémon, das ist geil. Terrakium Hand beginnt. Maury, wenn du es schaffst, innerhalb von drei Tagen drei Ritter zu fangen, morgen muss Terrakium da sein. Moment, geht's jetzt hier schon los mit Reshiram und Sekrom? Warte mal. Tatsächlich. oder es ist ein 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 wie heißt's auch ein cooles Pokémon ein Schadrago. Gibt's hier Schadrago? Also in der Drachenstiege? Es würde hier passen, oder? N wird zum Helden. Unglaublich, jemand hat es tatsächlich bis hierher geschafft. Los, für seine Majestät. Für N, haltet dieses Gur auf. Gur? Did you just assume? Wer nicht zu Team Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bekämpft. Okay, chill. Wir lassen es nicht zu, dass jemand den Neuanfang einheitst sabotiert. Vier? Das ist jetzt so ein Vierer-Kreis. Sehr geil. Ich hätte einen Drank nehmen müssen auf meinen Meistergriff. Das könnte jetzt schwierig werden. Gebt euch das Aloe King mit Pfirsich, ey. Nice. Boah, ist das süß. Es braucht eine Light-Edition. Oh mein Gott, ist das süß. Hör doch mit dem Super-Zahn. Oh mein Gott. Danke Tanja. Zwei Wochen Tokio, Fuji, Kyoto, Osaka und dann mit dem Shinkansen zurück nach Tokio. Für den Flug. Kommen wir 25 in Deutschland an und muss drei Stunden später auf Arbeit sein. Nice. Das wird es aber wert sein. Aber du wirst tot sein. Das wird es wert sein. Aber da hast du dir viel vorgenommen für zwei Wochen. Also wir waren ja Tokio, Hiroshima und Kyoto. Kein Osaka. Wir waren, wir sind von wir sind von Tokio nach Mount Fuji einmal gefahren. Was wenn du da bist, schreib mir auf Discord oder Instagram oder sonst was. Ich kann dir einen Tipp geben, wie du Mount Fuji siehst, ohne 4.000 Touris um dich rum zu haben. Wir haben einen mega Spot entdeckt, wo niemand war. Aber es ist ein bisschen wandern durch Wälder und sowas. Aber es war cool. Besser als das, was einem empfohlen wird, wo du auf einer Straße stehst mit 500 anderen Menschen. Was machst du an Ostern? Pokémon Spiel. Das Einzige, schade ist, dass ich Keldio nicht shiny an kann nach Terrakium. Nope, nope, nope. No es possible. darüber habe ich vorgestern erst geredet, Felix, wie Leute einem das Spiel aus dem Gameboy rausgezogen haben. Es hat mich auch weint weggelaufen. Wie lange bist du geflogen nach Japan? Zuerst von Dublin nach Zürich was zweieinhalb Stunden sind und dann von Zürich nach Tokio sind es glaube ich zehn Stunden und von Tokio zurück nach Zürich fliegt man übrigens über den Nordpol. Das ist voll krass. Man fliegt wirklich einfach auf null bei null drüber. Hin nicht. Hin fliegst du so runter und zurück fliegst du so oben. Zurück waren glaube ich 13 Stunden oder zwölf oder zwölf Stunden. Aber da habt ihr sehr viel vor in zwei Wochen. Wir haben auch durchgepowert die zwei Wochen. also es geht schon. Also Fuji kann eine Tagesreise sein von Tokio aus. Also ich finde nicht, dass man Mount Fuji als einzelnes Ziel machen muss, wo man dann auch schläft und alles. Weil da bist du einfach mit zwei Stunden Bus fahren oder sowas bist du da. Was ist denn jetzt hier mit diesen Gift-Pokemon? Was soll denn das? Geratina jetzt fünfmal nicht bekommen. Ich kann nicht mehr. Vielleicht musst du dich mit Leuten verabreden, anstatt es mit NPCs zu machen, weil die machen dir das ja kaputt. Wasser ist nicht gut gegen Gift, ne? Ich nehm's trotzdem. Was ist dein längster Anruf mit Freunden zeitlich, meine ich? Tanja, du stellst seltsame Fragen. Bitte hör auf. Was ist, keine Ahnung. Was sind das für komische Fragen? Ich telefoniere nicht mit Freunden. Ich wollte gerade sagen, Millennials telefonieren nicht, aber ich glaube, Millennials telefonieren auch. Gen Z telefoniert wahrscheinlich gar nicht mehr. Wobei Gen Z hinterlässt Sprachnachrichten. Oder so ein Quatsch. Leoparder. Das ist schon. Discord würde ich auch telefonieren sehen. Ja. Carpador und Toggi sind noch tolle Partner beim Dynamax-Abenteuer. Ja, oder Demons, die keine Attacken haben, sondern die ganze Zeit irgendwie rechte Hand machen oder sowas. Echt vier Kämpfe hintereinander, ne? Wir wollen noch in den Onsen, aber leider nur zu zweit. Die eine Freundin hat zu viele Tattoos. Wir waren in einem so einem traditionellen Hotel, wo man halt auf dem Boden schläft und so. Dieses, äh, ich vergesse Namen immer. Egal. 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 Traditionelles Hotel und da hat man seinen eigenen Onsen. Das könnt ihr dir auch machen. Aber es gibt auch private Onsen eben. In Hotels und sowas, wo ihr rein dürft. Aber ja klar, mit Tattoos darfst du nicht. Wie du magst, Eva. Ich meine, das ist alles eine PN, oder? Ob Discord oder Instagram, ist alles eine PN. Okay, sie lassen mich vorbei. Yay. Sollte Meistergriff... Meistergriff ist tot, ne? Ist ja echt kein Heiler. Und der Meistergriff lebt noch? Aber N hat doch sackenviele Pokémon. Das geht schon. Ryokan. Ryokan. Dankeschön. Genau. Ein Ryokan. Traditionelles Hotel. Ich hätte speichern sollen. Ich habe so lange nicht mehr gespeichert. Sito, dankeschön für deinen allerersten Prime hier. Danke, dank. Da ist es. Oh mein Gott, sehr krumm. Sieht schon cool aus. Ich nehme es zurück. Ist doch nicht so ein hässliches Leggy. Ist nur sehr verpixelt. Sagst du zu der imposanten Gestalt des legendären Pokémon? Wow. Ich verstehe nicht, warum Leute manchmal mir auf Discord nicht Nachrichten schreiben können. Mir können... Mir wird regelmäßig auf Discord geschrieben mit Leuten, denen ich nicht befreundet bin. Eva, wenn du auf meinem Discord bist, kannst du mir auf Discord schreiben. 100 pro. Ähm. Ja. Du brauchst mich nicht auf Discord auf dem Server, brauchst mich nicht fragen. Das denken die anderen so. Hör. Giraffe habe ich gesagt vorhin, ja. Ich perche jetzt mit Sacrum auf zur Pokémon Liga und bezwinge den Champ. Dies war das Ende der Pokémon-Kämpfe und der Knechtschaft besiegeln. Warum? Endlich werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Nju. Kommt jetzt diese... Bekannte Szene. Falls du uns aufhalten willst, musst auch du zum Helden werden. Denn nur wenn dich Reshiram Sekrums Gegenpol anerkennt, bist du mir ebenbürtig. Nur dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Reshiram begegnen wirst. Du hast das Vertrauen deines Pokémon-Teams. Bist du die Unbekannte in der Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen den Pokémon und Menschen wahren? So finde Reshiram. Reshiram wartet bestimmt schon auf dich in der Gestalt des Lichtsteins. Nju. Kommt's gar nicht im Spiel vor, diese Szene, wo N in der Luft auf Sekrum oder Reshiram reitet? Der da gerade weggeflogen ist, war das nicht? Was? Zum Kuckuck? Aber wieso? Das eben war doch N, oder? Wieso ist das legendäre Pokémon an seiner Seite? Soll das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das noch? Du sollst jetzt das andere legendäre Pokémon finden? Immer mit der Ruhe. Kehren wir erstmal zurück. Wir sollten jetzt gar nicht versuchen, alles zu verstehen. Wichtig ist, sich zu überlegen, was wir als nächstes tun. Das heißt, die vier letzten Rüpelkämpfe waren quasi das Finale von dem Kapitel hier? Auch komisch. Nicht zu fassen. Ja, 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 Pokémon, außer Korn, Held, N ist ein Idiot, korrekt, ganz recht. Da kommt, da kommt Lando, bei Lando. Lauro. Lange nicht mehr gesehen. Na, 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 Furcht und Schrecken. Wie dem auch sei, die Welt könnte jetzt wirklich einen Helden gebrauchen. Ich bin hier. Du hast recht. Und N, der Anführer von Team Plasma, hat Sekrum wiedererweckt und uns aufertragen, das Agenda, der Reshiram zu finden. Legende gesagt, dass, ja, 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 zwei Drachen, obwohl N das weiß, ja, was, aber es ist nicht total gefährlich, ein so starkes Pokémon wiederzuerwecken. Ja, aber die sind alle dumm. Keiner weiß, ob man es mit anderen Pokémon aufhalten kann. Ja, ich kann. Ähm, da natürlich keinem auszudenken. N, Freunde, gehen wir. Gut. Ich werde dich begleiten. Okay, tschüss. Warum schaut man den Stream mit zwei Geräten? Äh, weil man ein kleines Kind ist, was die doppelte Dröhnung braucht. Damit das Gehirn schön am Arbeiten ist. Damit ja nie Ruhe einkehrt. Laura Calrissian. Baratheon. Wer ist da? Baratheon. Darf ich mich jetzt heilen? Ah. Benediktります. Wie wenn es dannellt? Ah. 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 Und das ist dann... Und das ist dann... Eva, du bist auf meinem Server und trotzdem kannst du mir nicht auf Discord schreiben. Es kann sein, dass Discord so... Bist du dem Server gerade erst beigetreten oder bist du da schon länger? Kann sein, dass Discord da so 24 Stunden oder sowas aus und vor irgendwie so halt Timeout hat, damit ein Bot nicht direkt einem schreiben kann? Topschutz. Ich will Lusardin jetzt noch entwickeln. Wie ist das denn mit Lusardin? Nicht, dass das auch irgendwie keine Attacken mehr dann lernen kann. Äh, nicht Lusardin, Zappladin. Zappladin. Ich finde ja, Lusardin und Zappladin könnten quasi Fake-Monts zueinander sein. Vom Namen her. Gen 5. Krass, das lernt ja gar nichts mehr deswegen. Das lernt einfach nichts mehr. Wenn sich's entwickelt, Zapplalek. Dann auf einmal lernt es wieder Sachen. Es entwickelt sich. Dann lernt es... Achso, ich soll... Genau. Auf 44 lernt's Donnerblitz. Okay. 39 Knirscher. Okay. Das heißt, es lernt Knirscher mit der Entwicklung. Dann 44 Donnerblitz und dann erst den Elektrostein geben. Es muss echt ein paar TMs lernen, weil die Attacken, die es lernt, sind jetzt nicht so geil. Und dann... Oh ne, es lernt keine Attacken mehr. Zapplerrang lernt keine Attacken mehr. Das ist genau wie... Genau wie... Genau wie... Skilabra. Oh je, Mine. Oh nein. Das ist nervig immer. So ne dumme Regel. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir auf... Ist Blitzkanone gut? Nein. Ist Fuchtler? Fuchtler ist gut. 74. Level 74 für Fuchtler. Ach. Magensäfte wäre aber vielleicht cool. Aber Magensäfte macht gar keine... Ach Gott. Ne. Stromstoß. Donnerblitz. Donnerblitz. Donnerblitz ist echt die beste Attacke. Vielleicht Säurespeyer noch auf 49. Ne, auch nicht. Donnerblitz auf Level 44 ist die beste Attacke. Mit 95er Stärke. Alles danach ist schwächer oder hat halt null Genauigkeit. Fuchtler wäre cool, aber ich gehe sicher nicht auf Level 74. Hallo Axel Bohne. Wow. Okay. 44. Aber wir müssen es trotzdem wenigstens noch einmal entwickeln. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn mit unserem Zappladin? Und was war jetzt Rabigator? Ich glaube 45 oder? Rabigator ist Level... Ne, 40. Das haben wir gleich. Moment, da zeige ich jetzt aber auch noch die Attacken. Weil... Da kommt mir auch so Spekt vor. Willkommen auf deinen Discord Server. Unter dem Stream ist ein Link oder du machst Ausrufezeichen Discord. Abigator lernt durch Level Aufstieg dann noch Schmarotzer. Sandsturm. Erdbeben auf 54. Wutanfall auf Level 60. Das brauchen wir. Erdbeben und Wutanfall. Lernt Rockheimern die zufällig früher? Wahrscheinlich nicht. Oh, Rockheimern lernt auf 52 Fuchtler. Aber da kann ich auch Wutanfall lernen. Auf 48 Erdbeben. Passt schon. Entwickeln wir einfach. Okay. Dann kurz ein Level Up für Zappladin. Und ein 2 Level Up für Rockheimern. Dann mache ich... Die sind beide gleich stark. Der Feuersturm für Lichtl wäre ja nicht schlecht. 70... 70.000 Pokedollar im Markt. Gut. Echt? Ich kann Lichtl jetzt schon Feuersturm beibringen? Ja, können wir irgendwann machen. Aber ich glaube jetzt mache ich erstmal nur die 2. Tschüss Tanja. Hier. TM Feuersturm für Lichtl. 70.000 Pokedollar. So, ich will da oben auf Route 8 gehen. Hier sind doch Trainer. Mein Ast Trainer. Jetzt haben wir jeden Tag Gen 5 gespielt. Diese Woche. Jeden einzelnen Tag. Und es ist geil. Es ist ein geiles Spiel. Aber ich habe total vergessen, wie unfassbar viel man kämpfen muss. So viel. Das ist echt das Kampfspiel. Deswegen Blueberry Academy ist ja auch die... Da wird nur gekämpft. Die Amis. Nur am Kämpfen, die Amis. Feuersturm hat das Hypnose-Syndrom. Es trifft nie. Samstag, Sonntag, Montag auch live. Äh, nur Montag. Montag, 1. April. Da werden die Wurfels-Eier verschenkt. Bin gespannt, wie viele welche wollen. Ich kündige es nochmal an. Am Sonntag. Wer Montag nicht da ist, hat dann Pech gehabt. Aber dann gibt es wenigstens ein paar Leute, die sie haben. Und dann auch weitergeben könnten. Falls immer noch Leute nach Montag welche brauchen. Musste kurz zur Tanke. Habe ich was verpasst? Hast du das Leggy gefangen? Ich war noch bei keinem Leggy. Wir sind noch ganz normal am Durchspielen. Wir sind Sekrom begegnet. Aber das fängt man nicht. In Schwarz fängt man Reshiram. Kann ich sich nochmal anmelden für das Wurfels-Eier? Gar nicht. Du musst einfach nur am Montag hier sein. Ab 16 Uhr. Und dann machst du ein Command. Und dann stehst du auf einer Liste. Und dann gehe ich die Liste ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Marakamba. Oh gee, du hast so viel verpasst. Oh gee, du hast so viel verpasst. Oh gee, du hast so viel verpasst. Also nicht Sturzluck. Sturzluck tut viel zu viel weh. Fliegen ist schon geil. Es stört mich, dass Fliegen einfach zwei Runden dauert. Ist nicht Aeroas, aber Aeroas ist nicht so stark. Ist Borschnabel nicht stark? Oder ist Borschnabel nur so eine 30er? Akrobatik? Stimmt, Akrobatik. Aber ich glaube, Swarones ist nicht so der Akrobat. Da ist es. Zapplakek. Zapplaleck. Aeroas trifft immer. Fliegen trifft 95. Das tatsächliche Tier in unserer Welt, was das repräsentieren soll, ist ja super widerlich. Es ist ein bisschen wie ein Dune-Wurm, nur in unserer Welt widerlich. Knirscher. Als hätten wir es gewusst. Also, dass Zappladin keine Attacken lernt, ist auch so richtig wie so ein... Es gibt auch super viele, die keine Attacken lernen, so... Ninjask, äh, das davor. Ninkada? Lernt Ninkada-Attacken? Alright. Himmelsfeger? Oh, Himmelsfeger! Himmelsfeger war, glaube ich, immer eine gute Attacke. So, jetzt nur noch Rockhaiman. Jetzt nehmen wir Zapplaleck, den EP-Teiler, weg. Und... ...geben ihn Lichtl. Wo ist meine EP-Teiler? Hm? Da unten. Wo ist sie da unten? Zornklinge? Okay, okay, okay. Es gibt ein paar Pokémon, die einfach keine Attacken lernen wollen. So Carbador. Aber es gibt noch andere. Hier geht's gar nicht weiter? Wir müssen doch weitergehen. Oh, vielleicht muss ich Surfer machen. Ah, hier geht's weiter. Bei ihr habt gesagt, ich brauche keine VMs. Brauche ich auch echt, um das Spiel durchzuspielen, nicht mal die Surfer-VM. Schon echt krass, was das... Dazu müssen sie sich ja bewusst entschieden haben, dass VMs nicht notwendig sind. Ja, Rockhaiman hat ja ein kleines Problem die ganze Zeit. Aber es ist ein Geist. Wir sollten schneller sein als eine Qualle. Das Handen in BDSP ist besser als in Schwert und Schild. Ja, das ist halt deine Meinung, ne? Bikulente. Ich besiege jetzt alles mit Rockhaiman. Egal, wie schlecht ich dagegen bin. Ich knirsche alles weg. Es blockiert, man. Wie viele Folterknechte gibt's hier? Bikulente, du kannst doch sicher Blub strahlen. Komm schon. Peinlich. Wo sind wir denn hier? Gen 6? Peinlich. Quabel ist mega geil. Apoqualyb ist eins der coolsten Pokémon. Apoqualyb? Wer ist das? Wer ist das Pokémon? Apoqualyb ist ein Pokémon. Boah, was ist das? Ich glaube, ich weiß es. Aber die Form ist trotzdem komisch. Aber mein Instinkt hat etwas sofort geschrien. Alabus? Okay, mein Instinkt war falsch. Du hast recht. Ich glaube, das ist Alabus. Meganie? Interessant. Ich verstehe, was du siehst. Wenn, dann Loreblood. Aber nee. Saganabis? Nee, Saganabis geht, glaube ich, von unten nach rechts oben. Was, gegen was kämpfe ich da gerade? Picochilla. Ich dachte, das ist ein, äh, ein, ein, der kleine Hase, der zu sexy Hase wird. Wer ist da? Hospior. Also dieses... Nee. Aber ich glaube, es ist ein Alabus, ja. Oh mein Gott! Hä? Äh, Kalris mit dem Meganie und du hast sicher Loreblood gemeint. Wow. Ja, aber ich habe, also, als du Meganie gesagt hast, dachte ich mir so, aber ein Loreblood könnte es sein. Aber ja, das ist gemein. Das war gemein. Mein Spirit heute habe ich jetzt was gewonnen. Ach, du hattest Loreblood und jetzt kam das. Äh, du hast Schicksal. Die Kraft des Schicksals. Auf deiner Seite. Das war Shiny, ja. Das war ein Shiny Loreblood. Pixelfeuer. Nein, kein... Das fandest du gut bei Let's Go, dass man dort keine VMs hatte. Ich meine, seit Let's Go gibt es keine VMs mehr. Nee, seit... Genau genommen, seit Sonn und Mond gibt es keine VMs mehr. Aber in Sonn und Mond waren es quasi noch VMs, die da waren. Ich meine, du hast ja... Du hast zwar... Also, inzwischen gibt es ja wirklich gar keine VMs mehr. In Let's Go hast du ja quasi schon VMs, nur dass halt dein Pikachu sie immer kann. Alter, Chillabelle der Hölle. Kann man das in Money umwandeln? Schicksal habe ich genug. Kein... Bist du dein Lieblings-Pokémon hier? Das ist auch im Bild zu sehen. Wahrscheinlich nicht, du bist ein Flunschlik. Flunschlik. Süß. VMs sind für mich VMs, wenn sie ihren Platz im Attackenpool klauen. Ja. Heute sind es... Fähigkeiten, um im Spiel weiterzukommen. Fühlt sich platt gedrückt. Wach auf, Lichtl, wach auf. Das Chillabelle kann dir nichts. Woll. Ich spiele jetzt auch gerade schwarz-weiß und alle Orden waren easy und sobald ich in der Liga angekommen bin, bin ich plus minus acht Level unterlevelt. Ja, mal schauen, wie es bei mir so wird. Ich glaube, ich werde auch noch ein bisschen grinden müssen. Wahrscheinlich so auf Level... Also 70 wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber mit 70 wird man es am besten wahrscheinlich schaffen. Äh, was? Memento Mori? Jetzt will Lichtl was lernen. Memento Mori. Nein, danke. Hallo, Nico. Was ist das? Ich sehe nix. Ich sehe gar nix. Ich sehe gar nix. Ich sehe einen Schmetterling. Aber so von der Seite ist kein Schmetterling fotografiert. Also gemalt. Choreoge. Also wenn, es ist hier das rote Choreoge. Papinella. Safcon. Ich glaube, Safcon wäre komprimierter. Laudagei? Missingno? Fun Fact, Missingno ist mit im Pool. Also Missingno kann erscheinen. Bumi? Bumi habe ich auch kurz gedacht, aber... Ich glaube, Bumi wäre auch runder. Aber lass mal gucken. Es ist. Natürlich ein shiny Pantimimi. Pantimimi. War doch klar. Habt ihr doch alle gesehen. Hyperball, was ist das? Wofür braucht man denn Hyperbälle? Gibt es hier keine Trainer mehr? Und mein Rabigato ist eh tot. Schon wieder shiny. Wollen wir nochmal shiny Luck herausfordern? Ah, das sieht aus wie ein Dragoran. Aber Dragoran ist doch viel höher. Das ist ein Schiff. Schiff. Dragoran. Das sieht echt aus. Seiyong? Ne. Ne. Yugong? Ne. Oh, Giratina könnte es sein. Giratina könnte es echt sein, oder? Die... Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich habe die Origin-Form hinterlegt hier. Ruge. Da war das jetzt das für meine Punkte. Das ist alles für dich. Muss ich mitraten. Habe ich mich geheilt? Habe ich mich geheilt? Oh Mann. Blaublad wird deine nächste shiny Hand. Sehr gut. Balim, Balim. Wo? Wo? Wo ist Balim, Balim? Es könnte Glurak sein. Ah, ich glaube nicht. Glurak ist unten dick. Milotic? Na. Anker? Na. Hm. Ich glaube nicht. Aerodactyl? Lass sehen. Das ist auch Yugong. Das ist so gemein manchmal. Aber jemand hat Yugong gesagt. Als sollte meine Mama hat Yuging gesagt. Das zähle ich mal als Yugong. Maury hat auch Yugong gesagt. Lil Shiba hat auch Yugong gesagt. Okay, ein paar Leute haben Yugong gesehen. Aber nicht shiny. Also habt ihr nicht recht gehabt. Ihr müsst shiny mitwetten. Das muss man sehen können. Das müsst ihr spüren. Hallo Jonas. Moment, hier ist nicht der richtige Weg. Ach man. Was ist denn hier so im Gras? Kann man damit trainieren? Da oben ist ein Item. Hallo Persona. Hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Sonst kann ich keinen Schritt machen ohne Wild. Und dann nichts. Gibt es in Gen 1 schon einen Horrorblick? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Verox will Pokémon Call. Okay, was ist das? Bitte was? Jesus. Okay, es scheinen Leute zu kennen. Warum sagen drei, vier Leute hintereinander Hornweisel? Hört sich so Hornweisel an. Das ist ja schrecklich. Das ist ja Horror. Das klingt wie ein Alien. Das klingt wie... An irgendwas erinnert es mich. Nicht an Pokémon. Irgend so ein... Und halt so ein böses, böses... Monster aus einem Horrorfilm. Und dann taucht es so auf und macht... Mimimimi. Es ist ein... Ich meine, das wird ja wohl stimmen dann. Hornweisel. Wie sehr habt ihr Hornweisel gesucht? Dass ihr das sofort... Ich meine, das ist sehr... Ein sehr markanter Sound. Klingt halt nach einem Brunnen einer Biene, ja, eins zu eins. Jetzt habe ich den schon auf 44, nein, gerade entwickelt. Rockermann will irgendwie gar nicht gerade gegen das Pflanzen-Pokémon ankommen. Das Lachen von Freddy Krüger. Makabaya zum Beispiel, die hätte gepasst, fände ich. Makabaya ist wahrscheinlich immer so, so, so ein hmmm. Krank. Pikachu mit Stimmbruch. Pikachu. So, wie komme ich da hoch? Da liegt ein Item. Hä, wie komme ich da hoch? Gibt es im Wald einen Weg zurück? Komm mal da hoch. Gibt es in der Arena einen Weg? Ne, das muss irgendwo. Krass. Winter? Ach Gott, ja, das vergesse ich dauernd. Okay, Winter. Oh, Fassade. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Angler mit 6 Gachados. Standard Pikachu mit der Attacke Surfer. Ja, aber nicht das allererste aus Pokémon Gelb. Also früher hatte ich ein Pikachu mit Surfer auf Pokémon Gelb sogar. Mit Pokémon Stadium kann man das kriegen. Aber irgendwann, Shiny, hante ich ein Pichu aus Pokémon Box, das Surfer kann. Nur leider, wenn man das überträgt auf Pokémon Home, muss man Surfer wieder verlernen. Und das ist kacke. Ich kämpfe gerade im Souls-Server gegen Bianca. Hast du dir brav das Macholo abgeholt? Im Untergrund? Damit ist Bianca ein Klacks. Komm, gib mir das Level. Warum kannst du Knirscher? Hickerfisch mit dicken Kiefer. Ich brauche immer noch ein Level. Lichtl ist bei 34. Alle wollen angesprochen werden, um zu kämpfen. Sag mal. Sind sich alle zu gut, um zu mir zu kommen. Ich habe einen Pinsir gefangen, das kann Geowurf. Okay. Beim Käfer-Wettbewerb hast du den Pinsir gefangen. Ich mache gerade Eier für die Babyjagd morgen. Oh ja, ich will... Warum machst du Eier? Für die Babyjagd? Was? Ich will auch ein bisschen... Ich brauche Magby, Elikit und Bonera noch in Shiny mit meiner OT. Okay. Ich habe die bisher nur nicht mit meiner OT in Shiny oder in Pokémon Go in Shiny. Deswegen die muss ich noch ersetzen. Können die mal Pokémon haben, die schwach sind gegen meinen Boden- und Licht-Pokémon? Wie soll ich denn hier leveln? Wie soll ich denn hier leveln? Ich hatte nie eine Gamecube, deswegen werde ich mein Origin Gen 3 nie vervollständig haben. Ich meine, nur weil du nie eine hattest, heißt ja nicht, dass du dir keine holen kannst. Aber ja, Gen 3 ist ein sehr kostspieliges Unterfangen. Ich meine, du brauchst es halt wegen Chirachi. Um genau zu sein. Ach du brütest währenddessen aus. Unverständlich. Ich glaube schon, dass die Affen zurückkommen in Legends-Star. Die Affen passen ganz gut, glaube ich, in die Stadt rein. Genau, in Pokémon Box bekommt man vier Pokémon als Geschenk mit besonderen Attacken, wenn man die Mons einlagert. Ja, und für Pichu brauchst du 1400, glaube ich. Wenn du 1400 Pokémon einlagerst in Pokémon Box, was, naja, krank ist, weil es ist Gen 3. Und dann bekommst du ein Pichu geschenkt. Und dieses Ei kannst du sogar Shiny resetten. Es ist wie Manafi. Du hast dann dieses Ei und das Ei kannst du übertragen auf einen anderen Spielstand, wo es Shiny sein kann. Und dann wieder auf einen anderen Spielstand, Shiny, wieder auf einen anderen Spielstand, Shiny. Pichu ist halt nicht so besonders, aber es kann halt Surfer. Aber ich glaube, das ist eins von denen, die die VM verlernen müssen, damit du es übertragen kannst. Was so ein... So doof ist. Ich finde, es sollte registrieren, oh, der Player steht gerade in einem Pokémon Center. Warum haben die das nicht so gemacht, dass man nur auf Bank übertragen kann, wenn man in einem Pokémon Center steht? Weil dann wäre garantiert, dass du nicht im Softlock bist. Und dann solltest du auch Pokémon tauschen können, die eine VM können. Aber nein. Du musst VMs entlernen. Was bei manchen Pokémon halt einfach traurig ist. Pokémon Box war absolut teuer. Ich habe meins in Berlin gekauft, bei so einem Retro-Laden ohne Hülle. 100... 160? 180? In Amerika sind die noch teurer mit so 300 Euro und mit Verpackung dann so 400 Euro oder so was. Dollar halt. Weil die englische Version ist anscheinend noch seltener einfach, dass die produziert wurden. Glattbrocken. Wofür braucht man diese Glattorden... äh, Brocken? So nervig mit den VMs und dem Übertragen von Gen4 auf Gen4. Gen5 stört beispielsweise Whirlpool, was von 3 auf 4 kein Problem war. So ein Quatsch, gell? Ich meine, ich verstehe es, weil du würdest, du könntest dich wirklich softlocken. Wenn du an der Stelle speicherst, wo du Whirlpool brauchst, kommst du da nie wieder raus. Und dein Spielstand ist kaputt. Das wäre auch schrecklich. Aber ich glaube, keiner würde sich beschweren, wenn du sagst, hey, du musst bitte im Pokémon Center speichern, damit du Pokémon Bank benutzen kannst. So wie das, glaube ich, bei... Irgendwo ist es so. Ist es nicht sogar in Gen1 und Gen2 so, dass du im Pokémon Center speichern musst? Also wir müssen in Box 1 liegen, aber ich glaube, du musst auch im Pokémon Center gespeichert haben. Irgendwas war... Anno, bis Dankeschön für 100 Bits. Das solltest du nicht vorlesen. Ich habe das rausprogrammiert, dass du das nicht vorlesen sollst. Warum liest du das vor? Lies doch keine so komischen Nachrichten vor, die keinen Sinn ergeben. Moment, das war... das war ein wilder Kampf. Schnuthelm hier? Ich brauche Schnuthelm. Ich glaube, ich laufe hier einfach mit meinem Starter rum und mache IP-Zelle auf Rockheimern, weil es dauert einfach zu lang. Ich kann mit dem hier nichts bekämpfen. Legend 4 zu 5 wird doch aus der Box gewählt und zu Bank wird doch auch aus der Box genommen und du kannst doch nur an die Box, wenn du im Pokémon Center bist. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Warum sind die dann so asozial und lassen uns keine VMs übertragen? Was denn das? Ist Legends Z.A. so wie Legends Arceus, aber in Carlos? Warte, ich frag kurz... Ich frag kurz unsere heilige weiße Kugel. Ähm... Hans. Hans, hörst du mich? Allwissender Hans. Wird Legends Z.A. so gut sein und genauso sein wie Legends Arceus? Definitiv nein. Fuck. Da hörst du's. Ich will dieses Rabigato jetzt noch. Hallo. Road to Spyker. Hallo. Road to Spyker. Hans nimmt uns die Hoffnung. Schon geil. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Hallo Flo. Hallo Flo. Hi. Wie ist es? Dankeschön für den Raid. Da muss ich mich gleich gerade im Schneidersitz hinsetzen und dieses Vibrana besiegen. Meine lieben Leute, herzlich willkommen. Wir spielen Gen 5. Im Moment noch chillig. Aber ich spiele Gen 5, um jedes Pokémon dort im Pokéball zu fangen. auch mystische. Auch mystische. Auch legendäre. Wir nennen das ganze Origin Decks, was ich durch jede Gen durchziehe. Und wir sind in Gen 5 angekommen. Und ich habe vergessen, Gen 5 ist ein ganz schönes, ein ganz schöner Brocken. Kämpfe überall. Alle zehn, alle drei Schritte, alle drei Schritte kommt ein wildes Pokémon. Oh, Flunschlik. Das könnten wir fangen. Und hinzu kommt, dass ich auch noch jedes Pokémon fangen muss mit seiner versteckten Fähigkeit. Lass mich kurz überprüfen, wie das hier aussieht. Ist Flunschlik auf unserer Fähigkeitenliste? Ich glaube, Flunschlik hat keine versteckte Fähigkeit in Gen 5. Wo ist Flunschlik? Weiter unten, oder? Ich glaube, Flunschlik kann man übersehen. Ich glaube, Flunschlik hat keine versteckte Fähigkeit. In Gen 5. Äh, ja. Das heißt, ich kann das fangen. Hi, 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 hi. Hallo Frigo. Hallo Luri. Grüßt euch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet im Stream Spaß. Wenn ihr wollt, könnt ihr erzählen, was ihr gemacht habt. Ansonsten klingt nach einer Menge Arbeit. Ja. Ich meine, ich mache das hauptsächlich, um den perfekten Pokédex am Ende zu haben. Also wirklich jedes Pokémon aus der Gen, wo das Pokémon herkommt, als Gen. Von Bisasam bis Mew muss halt dastehen. Aus Gen 1 mit Gameboy-Symbol und alle im Pokéball gefangen. Und so weiter. So spiele ich halt jedes Spiel durch seit Entstehung. Und das kann manchmal viel Arbeit sein, weil es halt Pokémon gibt, die schwer im Pokéball zu kriegen sind, wie Mystische und sowas. Aber dann gibt es halt Glitches, die es doch möglich machen, wie zum Beispiel Arceus. Arceus kann man selber im Pokéball fangen, obwohl es nie verteilt wurde so im Pokéball. Aber es geht alles irgendwie. Und da wird es dann schwierig, aber auch sehr interessant. Flo hat im VGC rassiert. Ach stimmt, da habe ich gesehen, Tweet, dass er da reingeht. Da gehen wir heute rein, habe ich gelesen. Und ja, ich habe Gen 5. Ich bin nicht so der Kämpfer, ich bin der Sammler. Ich bin nicht gut im Kämpfen. Und ich habe unterschätzt, wie unfassbar viel man in Gen 5 kämpfen muss. Wir haben vorhin zwei Stunden gebraucht, nur um durch eine Höhle zu gehen, weil alle fünf Meter kommt einfach ein Ast-Trainer. Aber wir hatten erst einen Trippelkampf. In Gen 5 gibt es Trippelkämpfe. Und ich habe gegen jeden NPC gekämpft bisher. Es war erst ein Trippelkampf. Ist komisch. Oh, bleibt Flo und Schlick nicht drin. Hallo Min... Minstern? Minstern? Hallo Thomas. Hallo, hallo. In Ultra-Sonne-Ultramund bekommt man einen Pikachu mit der Attacke Surfer geschenkt. Ja, aber das ist ja langweilig. Geschenkt. Das ist ja langweilig. Wir wollen, dass Pichu aus Pokémon-Box das Surfer kann, wenn du 1400 Pokémon in Box hinterlegt hast. Ich will auch kein Geschenktes in dem schlechtesten Pokémon-Spiel, das jemals gemacht wurde. Aber heißt es, dass Pikachu mit Surfer in Ultra-Sonne-Ultramund kann man dann wenigstens behalten mit Surfer? Wahrscheinlich, ne? Der realisiert dann, dass Surfer okay ist. Weil die Bankverbindung direkt ist wahrscheinlich. Ach, du kannst keine drei Schritte gehen. Ich will ja leveln. Alles gut. Einen Trippelkampf habe ich verpasst. Echt? Ich bin doch gegen jeden... Ich habe doch gegen alles gekämpft, was hier nur irgendwie rumsteht. Vielleicht war der in irgendeinem Haus. Ich bin jetzt nicht groß in Häuser reingegangen. Rippen alle? Rippen das alle. Jetzt muss der Aloe-King... Der Aloe-Vera-King herhalten. Er viel zu süß ist. Viele kämpfen auch in Häusern. Ich bin jetzt hier nicht als kleiner Zehnjähriger in Häuser eingebrochen. Es wäre mir nur wichtig, wenn die irgendwelche besonderen Mons hätten im Team. Weil am Ende brauche ich... Wobei, hier brauche ich es nicht, ne? In... Schwarz-Weiß 2 brauche ich dann... Ich muss jedes Pokémon einmal gesehen haben. Um Shiny Maxaxx zu bekommen. Oh Gott, es wird... Es wird... Oh Gott... Ja... Ich will ja eh Schwarz-Weiß 2 spielen. Wie besiege ich denn so einen Flunschlick so mit einem Schlag? Wenn ich jetzt Rabbi Rockheiman raushole, dann macht er mich doch fertig. Aber Schaufler ist... Flunschlick ist doch hier Stahl, oder? Oder ist Flunschlick... Ist Galar Flunschlick erst Stahl? Was ist Flunschlick? Galar Flunschlick ist Stahl. Das ist bestimmt ein anderer Typ. Ähm... Galar, ich schlage einfach drauf. Nur Boden. Dann... Schauen wir mal. Es verwandelt sich zu Typ Boden. Boden Elektro. Aber es kann wechseln. Da stand gerade... Hat den Typ zu Boden gewechselt. Ich will ein Pokémon, was alle möglichen Bände hat. Einen Ribbon Master. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube ich flüchte vor Flunschlicks. Ich will gerade nur meinen Rabigato entwickeln eigentlich. Boden Elektro. Könntest du vielleicht so ein Projekt starten? Das ist sehr interessant. Ja, das kann ich. Das will ich. Ich will auch irgendwann Ribbon Master haben. Aber zuerst will ich den Origin Dex fertig machen. Ähm... Ich habe schon zu viele Projekte gleichzeitig von Shiny Hans und Videos machen dazu. Und hier das fette Ding. Alter, die dumme Ausdauer. Du bist ein Flunschlick, man. Chill. Ähm... Aber ja, mein nächstes großes Projekt, nachdem ich den Origin Dex fertig habe, wird ein Ribbon Master sein. Aber ich werde wahrscheinlich, weil ich eben nicht der große Kämpfer bin, werde ich... ...mein bis hoffentlich dahin Shiny Entei aus Kolosseum nehmen. Bei Kolosseum fängst du eine Ribbon Challenge an. Alter. Flunschlick. Chill. Ich war zwölf bei Arceus. Little Sheep. Chill. Du hast vor ein paar Minuten angefangen mit Arceus. Äh... Genau, ich will Shiny Entei nehmen und Legendäre können viele Ribbons nicht haben. Weil Legendäre nicht beim Kampfturm, glaube ich, teilnehmen dürfen und sowas. Und Kampfturm ist ein großer Teil von Ribbons. Ähm... Aber ein Ribbon Master ist halt immer dann ein Master, wenn, naja, es alle Bänder kriegt, die es kriegen kann. Und deswegen... Ich will es mit Shiny Entei machen. Was einfach cool ist. Ein Kolosseum Shiny Entei. Aber da werde ich halt viele Bänder dadurch nicht machen. Aber ich glaube, im Video über Ribbon Master werde ich natürlich erklären, was es noch für welche gibt. Nur ich persönlich werde die dann nicht machen. Es gibt halt... Du musst halt für den perfekten Ribbon Master... Gibt es halt... Ist die Auswahl an Pokémon ultraklein. Weil... Du musst Pokémon nehmen, die in Kolosseum vorkommen. Das sind schon mal wenige. Ich glaube, es gibt 40 Pokémon in Kolosseum. Und ich persönlich will es auch mit dem Shiny machen. Und dann gleich nochmal weniger. Weil nicht alle können Shiny sein. Und die Auswahl an Kolosseum Pokémon, die Shiny sein können und die du fangen kannst. Und mit denen du halt Ribbon Master komplett durchziehen kannst. Weil es Pokémon sind, die es in jeder Gen gibt. Sind ja auch nicht alle. Dann bist du bei so einer Auswahl von 6 Pokémon. Und davon ist das einzig coole vielleicht Xerox. Ich würde sie am liebsten mit meinem Lieblings Sedraking machen. Aber Sedraking wird leider sehr unterrepräsentiert in vielen Spielen. Deswegen... Ich weiß es noch nicht. Schon 3er von Meeps gefunden? Nein. Es bringt nichts, ich muss eine Gamecube kaufen. Ja. Dann moddest du die. Ist super einfach. Und dann kannst du die Gamecube sogar noch so viel Gala benutzen. Weil du dann Backups machen kannst. Und weil du dann... Weil alles schneller läuft. Du kannst die leiser modden. Und... Gamecube ist großartig. Das Problem sind eher die Spiele für die Gamecube. Die sind dann tatsächlich teuer. Ich meine das Shiny 3er von Meeps. Ich auch. Hä, was meinst du? Ne, ich habe noch kein normales 3er von Meeps gefunden. Aber das Shiny habe ich schon gefunden. Nein, habe ich nicht. Ich habe Shiny Sedraking, aber es sieht nice aus. Nein, Shiny Sedraking ist leider sehr hässlich. Tut mir leid. Muss ich... Muss ich... Muss ich ehrlich zu dir sein. Es gibt aber kein Krypto Pikachu. Ja... Pikachu kannst du glaube ich auch nicht zum perfekten Ribbon Master machen. Aber jedes Pokémon kann ein Ribbon Master sein. So, wie sieht es aus, Rabigato? Komm schon. Das kann doch jetzt nicht so lange mehr dauern. Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Meine Rubin Edition ist glaube ich kaputt. Zwei Stunden und kein Geweiher. Du, ich habe auch zwei Stunden nach Geweiher gesucht. Ich weiß es noch. Geweiher ist ultra selten. Also eigentlich ist es... Es sind ein Prozent, ne. Man denkt sich immer, ein Prozent ist eigentlich machbar. Aber du kannst halt Pech haben. Ich habe auch's ultralang gesucht. Und ich glaube ich habe dann sogar... Bevor ich ein männliches Geweiher gefunden habe, kamen glaube ich zwei Weibchen. Achso, du hast ein Eneko im Team. Ich glaube... Ja stimmt, das habe ich eigentlich auch gemacht. Ja dann ist es auf jeden Fall. Wobei auf jeden Fall stimmt gar nicht. Eneko macht ja nur zu... 70? 72 Prozent? Schanbolzen? Entei kann in allen Kampftürmen teilnehmen, solange es nicht über Level 50 ist. In Gen 3? Echt? Ich dachte Legis sind ausgeschlossen aus Kampftürmen. Okay, das wird aber nicht so leicht. Also ja, ich kann versuchen mit Entei 0 zu kämpfen, sodass es kein Level aufsteigt. Weil das Entei, was man fängt in Kolosseum ist glaube ich Level 30. Der Future Proofs der Ribbon Master sollte Krypto Enteron sein. Da Enteron Masudas Lieblings Pokémon ist. Glaubst du, dass Masuda bei jeder Entwicklung von jedem Pokémon Spiel gesagt hat, ey aber Enteron tut ja schon rein. Ich weiß nicht, es gibt... Ich kann sie mal posten. Es gibt eine wunderschöne Webseite, die nur um Ribbon Master geht. Das ist diese hier. Und hier könnt ihr sehen, welches Pokémon welche Ribbons haben kann, welche Spiele und was und immer. Und wenn man sich da anschaut eben, welche Pokémon alle Ribbons haben können, dann sind das nur so 6 Stück oder so. Ich muss kurz gucken, ob Schnuthelm eine versteckte Fähigkeit hat hier. Ich glaube nicht. Ich sollte Schnuthelm fangen können. Also jetzt schon. Und nicht später. Ihr könnt keine versteckte Fähigkeit haben. Dann... Slam it. Wobei Slam it ist dumm. Äh, Koala! Moment mal. Pharrell hat Nestflow einen Sub geschenkt. Vor 12 Minuten. Warum hab ich das nicht gesehen? Und Anubis hat Verox einen Sub geschenkt. Leute, vielen Dank. Das kam alles mit dem Raid zusammen. Dankeschön. Dankeschön für die Subs. Koala, dankeschön für den allerersten Sub. Könnt ihr eure Shinies nicht in meinem Chat tauschen? Ihr Schummler. Nein. Äh, dafür gibt es den Discord. Geil wäre auch, wenn ein Pokémon Schutzschild machen könnte und der Pokéball würde daran abprallen. Das ist ein Next-Gen. Pokémon Y schon 89 Euro? Wo? Niemals kostet Pokémon Y 90 Euro. Never. Ich warte auf dein Projekt. Bin mit Origin Dex Gen 3 beschäftigt und das dauert bis ich fertig bin. Ich brauche auch noch ein bisschen. Was ist denn jetzt mit diesem Rabigator los? Wie viel EP willst du denn noch? Gibt hier Fangen EP? Ich weiß gar nicht mehr. Ab wann gab Fangen EP? Schon Gen 3, oder? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich glaube Gen 1 und 2 gab noch keine Fang XP. Können diese dummen Flunschlücks sich verkrümeln. Erst ab Gen 6. Gen 6 hat so viel vereinfacht. Positiv gesehen und negativ gesehen. Gen 6 Fang EP. Okay. Okay, noch eins brauchen wir nicht. Wie sieht das denn hier aus? Aber du bist ein Käfer, ne? Ich glaube Schnuthelm war, was habt ihr gesagt? Nur Käfer. Und Kavalanza ist dann Käferstahl. Gott, diese Schutz, diese Schutzschilde sind so dumm ey. Wilde Pokémon sollten kein Schutzschild haben. Das ist so dumm. Wir sollten es erst haben, wenn man es gefangen hat. Ich wünsche mir gar nichts, weil ich genau weiß, dass das alles irgendwann kommen wird. Ich habe genug zu tun. Ich bin keiner von denen, die sagen, oh mein Gott, ich brauche unbedingt das. Tatsächlich wäre es cool für meinen YouTube Content, wenn Gen 1 bis 3 auf die Switch kommen. Das wäre für mich ein Segen für meinen Content, den ich machen könnte auf YouTube. Aber persönlich... Tut mir leid, ich bin keiner von diesen Hype-Maschinen. Mir ist das alles egal, weil Gen 5 Remake wird irgendwann kommen. Gen 1 bis 3 werden irgendwann für die Switch kommen. Legends Arceus... Keine Ahnung, ob das gut sein wird. Wir werden es sehen. Was ist mit diesem Schnuthelm los? Stein Hagel. Ich habe es falsch gemacht, sorry. Hallo Otze. Ich verlange... Ich bin... Außer Gen 1 bis 3 auf der Switch verlange ich eigentlich gar nichts von Game Freak. Die sollen machen, was sie wollen. Die sollen machen, was sie denken. Das wird alles irgendwann kommen. Chillt. Alles wird irgendwann kommen und wir freuen uns und freuen uns nicht. Keine Ahnung, aber es ist... Es kommt, wie es kommt. Und umso mehr ihr euch auf irgendwas freut, was nicht passieren wird, desto enttäuschter seid ihr. Habt Spaß mit den Sachen, die es jetzt gerade gibt. Ich denke mir, sie sollen sich Rückzeit lassen. Vielleicht werden die Spiele dann auch mal zu Ende programmiert. Nein, werden sie nicht. Das meine ich. Höre auf, die Hoffnung zu machen. Nein, werden sie natürlich nicht. Nein. Die werden immer unterprogrammiert sein. Nee, vielleicht kriegen sie es irgendwann wieder auf die Reihe. I doubt it. Aber ist mir auch egal. Mir machen die Spiele auch so Spaß. Ich würde mich so sehr freuen, wenn die Teile für Gameboy und Gameboy Advance endlich auf der Switch sind, mit direkter Anbindung an Pokémon Home. Bitte. Mike. Hör auf. Du wirst nur enttäuscht. Du sorgst dafür, dass du so traurig wirst. Du willst Sachen, die Pokémon nie versprechen kann. Du sagst, Gen 1 bis 3 kommt noch dieses Jahr, weil dieses Jahr keine neue Hauptedition kommt. Das ist kein guter Grund. Ähm. Aber es kann sein. Kann jederzeit. Können sie es verkünden. Aber ich würde es nicht erwarten. Ich rede doch nur so, weil ich einmal genau das, ich war einmal so überzeugt davon. dass Gen 1 bis 3 auf die Switch kommen. Ich war so extrem überzeugt davon, weil es so viel Sinn ergeben hat. Sie verkünden, dass Pokémon Bank zumacht. Äh, nicht. Sie verkünden, dass die, dass eShop und alles zumacht und so weiter, dass die Spiele nicht mehr runterladbar sind und was nicht alles. Verkünden sie alles. Und dann wäre es halt perfekt gewesen, wenn so aus dem Nichts so der, 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 so der Phönix aussteigt aus der, aufsteigt aus der Asche. Und, und, und dann auf einmal Gen 1, 2, 3 und, oh mein Gott, wir können sie auf der Switch spielen. Niemand kümmert es außer die alten Säcke wie uns. Und dann, äh, es hat so Sinn gemacht. Und dann kam die Pokémon Präsenz und nichts. Was bekamen wir? Legends Arceus und BDSP Remake. Ne, es war glaube ich irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was in der Präsenz gezeigt wurde. Aber nichts, nicht wirklich was. Und da war ich so enttäuscht, dass ich gesagt habe, nie wieder. Nie wieder werde ich irgendwas annehmen oder erwarten, dass was kommt. Und, weil ich bin gebrochen. Ich wurde gebrochen. Und das kann auch nur ein Spiel, was man mag. Einen so brechen. Gen 1 doch schon da mit Let's Go teilen. Ah ja, okay, das ist Gen 7. Das ist nicht Gen 1. Aber... Dann spiel du mal Let's Go. Los. Geh, Let's Go spielen. Warum habe ich Rockhaiman ausgewählt? Bin ich verrückt? Ich knirsch dich tot. Wenn sie es machen, dann fange ich wieder mit Pokémon an. Bin auch ein alter Sack. Ja. Die alten Säcke kommen dann verschrumpelt aus ihren Höhlen raus. Und... Fangen wir wieder an. So, das wird der Knirscher zum Rabigator, wenn ich aufwache. Bitte mach keine Pflanzenattacke. Kannst du eine Pflanzenattacke? Es wäre so schrecklich, wenn der Shutdown von Pokémon Bunkery wird. Irgendwann wird er kommen. Irgendwann wird er die Wahrheit. Megumina, ich weiß nicht was du weinst. Findest es erstaunlich, dass der New 3DS GBA Gameboy und Nativ abspielen kann ohne Emulation? Was? Wie meinst du das ohne Emulation? Ich mein, du musst einen Emulator draufhauen, um die Spiele abspielen zu können. Wobei... Du hast recht. Du hast recht. Ähm... Schmarotzer war geil, ne? Stärke 95. Anwender macht sich die Kraft des Ziels zunutze. Je höher dessen Angriff, desto mehr schadere ich die Attacke an. Das ist doch super. Aber wir reden hier nur von Angriff, wahrscheinlich nicht Spezialangriff. Oder ist allgemein Angriff gemeint? Wahrscheinlich nur Angriff. Ähm... Warte, 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 warte. Die Gewissheit war doch dauernd so ernüchternd. Ich mein, es ist geil, wenn dieses Vorher-Nachher, bla bla bla, aber Knirscher steckt zurück. Ne, wir müssen Gewissheit wegnachen. Welche Gamestocks eigentlich noch so? Ähm, nicht viel, weil ich die ganze Zeit Pokémon spiele, Tag ein, Tag aus. Also wirklich. Äh, zur Zeit spiele ich, wenn ich mir die Zeit nehme, Final Fantasy Rebirth. Und da ist es. Endlich. Was für ein geiles Tier. Was für ein geiles Ding, ey. So ein gutes Pokémon. Ich bin weg, ich bin hier raus. Weg hier. Ich weiß gar nicht, wo es weiter geht. Wehe, wenn kein Pokémon Pinball kommt. Ich würde mich freuen. Aber ich würde trotzdem Pokémon Pinball auf... auf dem PC spielen, um die Achievements zu holen. Was ist deine Lieblings-Gen? Ähm, mindestens die dritte Gen. Genau auf der gleichen Route geht's weiter. Ja, ich weiß, da war irgendwo noch ein Weg grad, ne. Wo ich da hoch kann. Aber das war's für heute. Ich habe heute sowieso schon viel zu lange gestreamt. Ähm. Ich muss krass auf die Toilette. Aber das sorgt vielleicht dafür, dass ich super schnell jemanden finde, den wir raiden könnten. Weil ich platze. Ruhe. Vergangenheits-Leo, Ruhe. Hat jemanden, der... Hat jemanden jemanden, der grad... Oh, Razor sammelt, alle Alphas? Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Alle Alphas sammeln? Da bin ich dabei. Sammeln? Da bin ich da. Da bin ich dabei. Reisor. Leute, sagt dem Razor Hallo. Der spielt Legends Arceus. Ist bei seinem Subathon bei Tag 75. Krank. Und der spielt, ja, Legends Arceus. Sammelt alle Alpha-Pokémon. Was auch viele Leute aus dem Chat schon öfter gemacht haben, glaube ich, hier. Ich habe das noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir das alles, bevor Saar rauskommt. Aber ja. Sagt Hallo. Ich sehe euch nicht mehr. Sorry. Ich muss krass auf die Toilette. Ähm. Vielen Dank fürs Dasein. Ich bin am Montag wieder da. Und vergesse nicht, Montag, 1. April. Aber ich mache keinen April-Scherz. Ich verschenke Wuffels-Eier, die wir hier zusammen brüten. Die Tempomacher können. Denn bevor Wundertausch und Linktausch zumachen, müsst ihr diesen Tempomacher Wuffels haben. Sonst könnt ihr den nicht mehr kriegen. Deswegen verschenke ich die. Seid also am 1. April da. Ab 16 Uhr. Um einen Wuffels mit Tempomacher zu kriegen. Danach wird das schier unmöglich zu bekommen. Es ist möglich, aber es ist schwer. Tschüssi!